Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und herzlich Willkommen beim Tele-Stammtisch zum fünften Recap von The Last of Us, der HBO-Serie, über die Gefühl gerade die ganze Serienwelt redet, so auch wir heute und damit hallo Dominik und hallo Theresia. Hallo! Ertragen und Überleben, moin moin! Ganz genau Dominik und da hat der Dominik, der alte Fuchs, auch zugleich den deutschen Titel auf den Tisch gelegt, vielen Dank dafür. Gerne! Dann kann ich noch sagen, die Folge geht 56 Minuten, wurde wieder geschrieben von Craig Mason und inszeniert erneut, glaube ich, jetzt das zweite Mal, dass er Regie geführt hat, Jeremy Webb, der unter anderem Lock-and-Key-Folgen inszeniert hat, aber auch, glaube ich, Blödschatten oder so. Ich weiß es gerade nicht, es ist wahrscheinlich jetzt Schwachsinn, was ich sage, aber egal. Hallo ihr zwei, wie geht es euch? Ja, Ladies first. So, okay. Mir geht's ganz gut. Ich gehe heute Nachmittag noch ins Kino, jetzt noch Podcast, also mein Tag ist verplant. Ja, mir geht's mittlerweile wieder einigermaßen, ich habe zumindest wieder relativ Stimme, man hört's, glaube ich, noch ein bisschen raus, aber ich freue mich sehr, die Folge zu besprechen. Ja, ich freue mich auch noch, mal gucken, wie das in ungefähr einer Stunde aussieht, wenn wir vielleicht damit fertig sind und ich würde sagen, wir steigen direkt ein und ich schreie ganz laut das Mikro, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Fuck Fedra. Fuck Fedra, ganz genau. Genau, wir beginnen die Folge mit einem, ja, ich würde sagen, einer Art Volksaufstand in der QZ, also in der Quarantänezone und wir sehen, dass da wirklich Tabu der Rasa gemacht wird mit diesen, ich nenne sie mal einfach Fedra-Angestellten, die werden aufgeknöpft, die werden verprügelt. Es gibt auch eine Szenerie, da sehen wir, wie ein hoffentlich toter Fedra-Agent durch die Straßen geschleift wird, der aussieht wie ein, ja, menschlicher Igel, unschön, also mal wieder die Schattenseiten der Postapokalypse, wobei die Schattenseiten der Postapokalypse klingt jetzt auch so, als gäbe es auch gute Seiten. Theresia, wie hat dir der Anfang gefallen, stimmungsmäßig? Ja, war schon sehr hart, also man erfährt ja dann auch, dass da die Fedra in Kansas City auch ziemlich böse gewesen sein muss und ziemlich wirklich üble Sachen gemacht haben muss, wo man dann schon verstehen kann, dass die Menschen da aufbegehren und die haben es ihnen halt mit gleicher Münze heimgezahlt. Also ich kann es verstehen, aber ich fand es trotzdem sehr heftig, wie sie reagiert haben. Ja, es ist halt ganz typisch für die Gesellschaft, die wir halt eben in der Serie sehen und auch in den Games. Natürlich wird da irgendwie zelebriert, ja, jetzt Freiheit und wir stehen ein für unsere Rechte und so weiter, aber man sieht, dass die halt mit der Fedra mehr oder weniger wahrscheinlich genau das machen, was die vorher unter denen erdulden mussten. Also das fand ich sehr, sehr gut, also so in wenigen Momenten sieht man hier wirklich beide Seiten der Medaille, also er ist halt diese Euphorie, Freiheit und Fuck Fedra und dann sieht man dabei eben die Kehrseite, mit welcher Art von, ja, wirklich ausufernder Gewalt das Ganze erreicht wurde. Aber ja, jede Revolution ist nun mal nicht ohne Blutvergießen, was jetzt nicht relativierend klingen soll, aber ja, ich fand es einen sehr stimmungsvollen, starken Einstieg. Das hat mich teilweise fast schon an sowas wie The Purge oder so denken lassen. Also da war ja eine Stelle, wo sie sogar irgendwie jemanden aufknüpfen. Es ist ja auch alles sehr, ja, sehr, sehr, ja, apokalyptisch inszeniert, auch mit Feuer natürlich im Dunklen alles. Fand ich sehr, sehr stimmungsvoll, auch, ich weiß nicht, ich hätte mir das sogar hier ehrlich gesagt als Cold Opener vorstellen können. Also auch noch weitergehend dann in Hinblick auf das Kommende, aber das, das hätten sie auch gut vor den Vorspann schneiden können, wie ich finde. Ja, aber das, das habe ich gar nicht erwähnt, ähm, es gibt wieder kein Cold Open, genau. Das war ja so in den ersten beiden Folgen so und dann haben ja ganz viele gedacht, okay, das ist jetzt so der, die Konzeption der Serie, dass sie immer mit einem Cold Open anfangen, aber das war wirklich nur in den ersten beiden Folgen so. Was ich jetzt nicht schlimm fand, ähm, was mich ein bisschen nicht gewurmt hat, aber wo ich dachte, oh Gott, bitte mach es nicht schon wieder, ist, ähm, dass wir, also wir haben ja in der vierten Folge Ellie und Joel mit einem Cliffhanger. Nämlich, dass sie da von zwei, äh, Männern, Henry und Sam, sozusagen verraten, also ich glaube, es sind zwei Brüder, meine ich, ähm, ähm, äh, ja, überfallen worden sind und jetzt sind wir hier und plötzlich sehen wir halt eben diesen Henry und diesen Sam, wie sie halt eben wegschleichen. Und ich hatte dann so die Befürchtung, okay, das wird wieder eine Folge, wo zwei andere Figuren im Fokus sitzen, äh, sind und dass Ellie und Joel wieder so an den Seitenstreifen gedrängt wird. Das wird hier nicht passieren, so viel sei verraten, aber wir sehen, äh, jetzt mal den Anfang zumindest aus der Perspektive von Henry und Sam und es ist, wenn man so will, ein Prequel. Also die ersten 15 Minuten dieser Folge handeln darum, wie haben es Henry und Sam geschafft, halt eben zu Joel und Ellie zu finden. Und es gibt auch eine Neuerung im Gegensatz zu den Spielen, wo Henry und Sam auch auftauchen und zwar zum einen ist Sam ein wenig jünger, der ist hier, glaube ich, acht oder neun. In den Spielen gibt er vor, 14 zu sein, was gelogen ist, aber er wird trotzdem ein bisschen älter sein. Und in der Serie ist er taubstumm. Ich verstehe nicht, warum sie das gemacht haben. Ich finde, das hat keinen wirklichen Mehrwert, dass er taubstumm ist und halt meistens mit so einer Art, ja, das ist so eine Tafel kommuniziert. Man kennt das, dieses Spielzeug, man schreibt was drauf und wischt drüber und dann ist alles wieder weg. Ich hatte sowas früher auch als Kind. Ich auch. Ja, wer nicht. Ja, hatte, glaube ich, jeder. Tut mir leid, Theresia, du bist nichts Besonderes. Boah, ich weiß auch nicht, ich habe leider es nicht mehr geschafft, den offiziellen Podcast zu hören, den man ja auch auf YouTube sich zu Gemüte führen kann, neben dem Inside the Episode immer. In dem Inside the Episode wird auf jeden Fall hervorgehoben, dass dieser Kayvon Woodard, der den Sam spielt, dass der wohl wirklich auch taub ist, der Schauspieler, also auch im realen Leben. Ich fand das auch tatsächlich sehr gut dargestellt, ob man es jetzt gebraucht hätte, sei mal dahingestellt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, mag ich es sehr, wie die Serie, und das zieht sich für mich so bisher quer durch, die Serie greift Dinge aus den Games auf, schafft es aber immer so eine eigene Note hinzuzufügen. Und das sieht man gerade an der Figur, äh, doch sehr deutlich, muss ich sagen, und das gefällt mir. Es gibt der Serie, äh, Eigenleben und Individualität und ist halt nicht einfach nur abgefilmtes, ja, also, ich weiß nicht, manche Leute wünschen sich ja anscheinend irgendwie abgefilmte Cutscenes, äh, oder nachgestellte Cutscenes von dieser Serie. Äh, ich gehöre nicht dazu, das ist für mich eigentlich das, was ich, also, so stelle ich mir eine Adaption vor, wirklich, Betonung auf Adaption. Ja, gut, also, ich weiß jetzt nicht, warum sie das gemacht haben, ich fand's jetzt aber nicht schlimm, dass die jetzt aus dem Taubsturm gemacht haben, ja, es bringt es der Serie nicht wirklich was, weil ich fand's dann irgendwie halt immer rührend, wie halt dann dadurch, glaub ich, also dann so diese stärkere Verbindung zwischen ihm und dann Ellie dann im Laufe der Serie gezeigt worden ist, also, ähm, weiß ich nicht, ob das dann so geklappt hätte, wenn's anders gewesen wäre, aber ja, versteh ich dann auch nicht, warum sie das dann so geändert haben. Ja, aber es ist mir ganz schön, dass sie halt wirklich die Rolle dann wirklich einem taubsturm Jungen gegeben haben, das wusste ich zum Beispiel nicht, ähm, aber, also, von daher, okay, ähm, nur letztlich muss ich sagen, ich finde, es fügt dieser Rolle nichts Neues hinzu. Ja, es gestaltet halt, ähm, emotionale Momente ein bisschen anders, ne, ähm, und zwischen Ellie und ihm zum Schluss, das fand ich schon sehr stark und auch, äh, äh, ja, durchaus ergreifend. Ähm, was man aber sagen kann, dass Henry, äh, gegenüber dem Game, was ich jetzt nebenbei bemerkt, auch, äh, durchhabe mittlerweile, also, die Remastered-Version, äh, ja, ich bin jetzt schon im New Game Plus, genau, ähm, äh, also, im, im Game ist es ja ein bisschen anders, ne, da fahren ja dann auch diese, diese, äh, Federer-Panzer durch die Gegend, die im, äh, im, im Spiel wirklich die reine Pest sind, äh, äh, und da stößt man dann ja auf Henry, aber der hat hier insofern mehr Tiefe, ähm, äh, dass halt, äh, äh, so, sich im Laufe dieser Folge halt herausstellt, dass er ein Kollaborateur ist und deswegen gejagt wird, ne? Das war im Spiel nicht so, meine ich. Nee, ich hab's auch im Spiel gar nicht mehr so richtig auf, äh, auf der Kette, was genau jetzt seine Motivation war oder warum er genau, äh, gejagt wird, aber wie gesagt, es ist halt Postapokalypse, es gibt immer irgendeinen Grund und der ist meistens nicht schön, ne? Ja, es ist ja, also, wir, wir sehen ja am Anfang halt diese, äh, Panzertrucks durch die QZ fahren und, äh, da wird ja dann irgendwie, äh, äh, über Lautsprecher verkündet, ja, die Kollaborateure sollen sich ergeben, die werden angeklagt und denen wird aber ein fairer Prozess versprochen, wer es glaubt, ne? Also, ja, vor diesen Dingern hat man schon Respekt. Ja, was für mich jetzt auch wirklich neu war, wie für alle, die das Spiel gespielt haben, ist natürlich die Figur der Kev Lean, gespielt von Mandy Linsky, ähm, und die sehen wir jetzt. Und zwar sehen wir sie bei einer Ansprache, die sie Gefangenen hält. Ich wusste halt in der Vorrangangenfolge nicht, was, wer ist diese Kev Lean? Also, zu welcher Organisation gehört die an? Warum macht die das? Und wir erfahren gerade in dieser Folge sehr viel mehr. Ja, aber das Wichtigste ist, ihr Henchman hat einen Namen. Er heißt Perry. Ja. Das ist vermutlich der dümmste Name, den ein Motherfucker-Soldat haben kann. Aber gut, er heißt Perry. Die ist ja furchtendlösend, ja. Ich hab mir eigentlich gedacht, wer hat ihm diesen Namen gegeben? Seine Mutter. Oder Craig Mason. Ja, ist ja, ist ja gespielt von, äh, Jeffrey Pierce, ne? Ähm, der ja, soweit ich weiß, in den Games, äh, sowohl die Rolle spricht, als auch Mo-Capped, äh, per, also Motion-Capture-Verfahren wird das ja alles gemacht. Äh, die Rolle von, von Tommy, also, äh, Joles Bruder, den wir dann ja in der nächsten Folge wahrscheinlich sehen werden. Genau, gespielt von Gabriel Luna dann. Ähm, und ich muss sagen, der Perry hat auch eine, eine Ausstrahlung. Ja. Das, was sein Name nicht hat, besitzt aber er seine, also besitzt seine Physis. Also, er wirkt schon so ein bisschen, dass du dich mit dem nicht anlegen sollst. Trotz allem finde ich es sehr erstaunlich, wie unterwürfig er sich gegenüber Kathleen verhält. Ähm, es wirkt ja im Laufe der Folge auch ein bisschen so, als ob Perry vielleicht, ähm, ja, ein bisschen verliebt vielleicht ist, was sie mir auch gegönnt ist. Aber Liebe hat jetzt hier erst nichts zu suchen, denn, ich habe ja schon gesagt, Kathleen erhält eine Ansprache bei Gefangenen. Ähm, und da kommt raus, dass Kathleen nicht zur Fatra gehört, wie ich es lange vermutet habe. Mhm. Ähm, sie gehört wohl zum Widerstand und sie ist auf der Suche nach Henry. Und einer der Gefangenen, äh, sagt dann, dass Adelstein, das ist dann vermutlich der Doktor aus Episode 4, den sie da schon inzwischen hatte. Genau. Wie gesagt, die ersten 15 Minuten sind ein Prequel zur vierten Folge, wenn man so will. Ich glaube, es sind nämlich so 10, 10, 12 Tage irgendwie. Genau. Ja. Genau. Und, ähm, sie erfährt dann eben, wo, äh, er sich aufhalten soll. Und dann gibt sie halt, außerhalb dieser Gefangenenraum ist der Befehl, die Leute einfach zu erschießen. Und Perry wirkt davon nicht so begeistert, aber denkt sich halt, ja gut, äh, Befehl ist Befehl. Und, ähm, da merkt man wieder, also Melanie Linsky, die wirkt, wenn man auf den ersten Blick, wirkt die immer sehr nett und sehr freundlich. Aber wenn sie Kathleen spielt, ist die schon unsympathisch. Das ist ziemlich rigoros, ja. Also, ich habe immer noch Probleme, sie in dieser Rolle zu sehen, aber, ähm, ja, sie verkörpert das schon. Also, die haben da alle irgendwie schon ziemlich Respekt und die sind da halt auch so, sie ist halt so, ja, was getan werden muss, muss getan werden. Ja, es gab ja auch schon auf Social Media, äh, im Laufe der Woche tatsächlich Kritik an ihr. Da hat eben eine Journalistin ein Bild von Melanie Linsky gepostet, äh, wo sie irgendwie einen Shooting für Vogue oder was auch immer hatte, was auch schon älter war. Und da wurde sich dann aber aufgeregt, naja, also, die sähe ja eher aus, als würde sie ein Luxusleben führen und ja gar nicht in diese Serie passen. Und dann durfte sich Melanie Linsky auch schon irgendwie dafür rechtfertigen auf Social Media und hat halt gemeint, naja, man kann halt aussehen, wie man will in der Postapokalypse und nur, weil sie jetzt nicht irgendwie muskulös ist und rank und schlank, äh, dafür gibt's ja, äh, Handlanger eben wie Perry, ne. Und ich muss sagen, ich find sie eigentlich, also, ihre Besetzung find ich eigentlich ziemlich klasse, weil das unterwandert halt total die Erwartung. Ich meine, viele Zuschauer werden die kennen, ich kenn sie auch aus Turner Half-Man und sie sieht auch gar nicht mal so anders aus, aber sie spielt eine komplett andere Person, die wirklich auch hart durchgreift und auch eine gewisse Ausstrahlung hat. Ähm, und ich fand das glaubwürdig und gerade, dass sie mit so einer, so einer fast süßlichen Stimme eigentlich spricht oder so, so harmlos wirkt und das halt gar nicht ist, das hat fast schon so ein bisschen was von Dolores Umbridge für mich gehabt, dass das total so gebrochen wird. Und es funktioniert für mich persönlich sehr gut. Also, ich hab, wie bei allen Sachen, die auf Social Media ausgetragen wird, davon nicht wirklich was mitbekommen. Ja, umso besser. Same, also ich bin nur akkumulat raus. Ja, ich muss aber sagen, ich bin ein Manny Linsky Fan, äh, außer bei Turner Half-Man, aber es liegt sicher an ihr, es liegt an der Serie an sich. Die ist doch großartig in Turner Half-Man. Ja, ja, total. Ähm, ich, ich fand sie immer großartig in der HBO-Serie, Serie Togetherness und hab jetzt auch angefangen, Jello Jackets zu gucken, wo sie auch mitspielt. Und ich find, ich muss ehrlich sagen, ja, ich hab auch eine gewisse Zeit gebraucht, um klarzumachen, okay, die ist jetzt halt nicht Manny Linsky mehr. Das ist jetzt eine sehr unsympathische, vielleicht auch sehr bösartige Figur, die aber natürlich auch ihre Motivation hat, dazu später mehr. Ähm, aber ich fand es sehr angenehm, so eine Antagonistin mal zu sehen. Also eine Antagonistin, die was, ich sag es mal, was Menschliches hat, was sehr erdrückend, bösartig Menschliches auf der einen Seite, aber sie wirkt halt auch physisch wie ein normaler Mensch. Und das find ich sehr schön. Und diese Argumentation, man kann in der Postapokalypse kein Übergewicht oder ein paar Funden oder so viel haben, denn ganz ehrlich, die ist halt nicht, also Übergewicht ist jetzt, naja, ähm, das ist, das ist Schwachsinn. Also ich bin mir sicher, auch in der Postapokalypse kann es dicke Menschen geben, äh, da bin ich sogar fest von überzeugt. Und, äh, ja, wenn Perry sie wirklich mag, dann kann Perry sie auch bestimmt mit Sachen versorgen, das sollte kein Problem sein. Ähm, was auch kein Problem ist für Kathleen ist, ist, dass sie jetzt, äh, nachdem sie weiß, wo Adelstein ist, sofort aufbrechen will. Und Perry sie aber so ein bisschen zurückhalten möchte und sagt, ja, wir haben gerade andere Probleme, sollten wir vielleicht nicht uns erstmal um ein paar andere Sachen kümmern. Äh, aber Kathleen da schon, also da merkt man, okay, die weiß auch, dass sie dir das sagen hat. Sie gibt wirklich klare Befehle und ist auch richtig rigoros, sagt halt eben, er schießt die Leute und dann verbrennt die Leichen. Und, ähm, das ist so, wo ich mir dachte, okay, Melanie Linsky, ich mag sie als Schauspielerin, aber ihre Figur, nee, mit der will ich kein Bier trinken. Naja, die ist halt echt unangenehm. Das ist ja, also, Perry versucht ja dann ja auch so ein bisschen von wegen, ja, das bindet halt Manpower hier alles nach denen abzusuchen. Und wir haben gerade andere Schwierigkeiten. Und, äh, was auch interessant ist, dass sie eben dann zu diesen Gefangenen sagt, ja, es besteht, also für mich besteht kein Zweifel daran, dass ihr schuldig seid. Ne, Kollaborateure müssen hingerichtet werden und, äh, sie hat dann ja insofern auch den Spieß umgedreht und dann fragt sie ja auch, ja, ihr habt euch besser und sicher gefühlt, als ihr irgendwie eure Freunde an die Fedra verraten habt für Vorräte und Nahrung, ne. Ja, aber das wird ja auch schön ambivalent ausgespielt. Ähm, also, sowas ist auch in den Games nicht vorhanden, ne. Da hast du ja nur diese Hunter, äh, die gefühlt eine Armee sind. Und, ähm, hier bekommt es zum einen durch Kathleen alles halt ein bisschen mehr Gesicht und man versteht halt auch, ja, natürlich sind es Leute, die auch grausame Sachen tun, aber sie tun es letzten Endes auch, äh, aus, ja, ihrer Überzeugung heraus und eben natürlich auch, ja, eigentlich rein aus Überlebenswillen. Ja, um Vorteile da zu schaffen. Also, ich, das hat mich auch die ganze Folge über beschäftigt, äh, so quasi, wie ich jetzt reagieren würde, weil du verstehst theoretisch beide Seiten, aber in, ähm, so quasi, was ja diese Kollaborateure getan haben oder wenn die halt den Menschen verraten haben, um halt einfach jetzt halt für sich irgendwas zu kriegen, wobei man das auch noch vollziehen kann, weil wenn die dann irgendwie Essen oder Medikamente für ihre Familie kriegen, dann verstehe ich das auch, warum sie das getan haben, aber es ist halt, hm, ähm, und das war halt die ganze Folge dann über, wo man gedacht hat, okay, auf welcher Seite wäre jetzt ich? Hm, ja, und das ist, äh, also, ich meine, das Game, das fordert einen zwar auch moralisch heraus, auch mitunter mit solchen Tönen, aber ich muss sagen, ich finde es in der Serie noch stärker, ehrlich gesagt, und deshalb hat man dann eben auch so eine Figur wie Kathleen, äh, hinzuerfunden und das, ähm, ja, bereichert das Ganze, wie ich finde. Ja. Henry und Sam sind mittlerweile zu, äh, diesem Doktor Adelstein, äh, vorgerückt und verstecken sich auf einem Dachboden, äh, äh, dort bekommen dann die Information, sie haben keine Munition, sie haben Essen für, wenn es froh kommt, vielleicht zehn Tage, ähm, und, ja, es gibt ein Gespräch zwischen diesem Doktor und Henry und der Doktor sagt ja ganz klar, dein Bruder hat Angst, weil du Angst hast und beste Therapie gegen Angst ist Malen, also, der Kleine scheint wirklich gerne zu malen, das macht er sehr gerne, ähm, und, ja, dann, äh, kann man schon mal, glaube ich, vorausschicken, wir sind dann zehn Tage später und wir haben kein Essen mehr, der Kleine hat Hunger und das Warten auf Doktor Adelstein zieht sich einfach und ich glaube, dass beide sich dann irgendwie dann schon gewiss sind, okay, er hat's nicht geschafft und wir wissen ja, aus Folge 4 hat er auch nicht, Captain hat den geschnappt und hat den auch, äh, umgebracht und sie wollen jetzt rausschleichen und um dem Kleinen ein bisschen Mut zu machen, bekommt er dann von seinem Bruder eine Kriegsbemalung. Ob die wirklich viel hilft? Es ist eine Superheldenmaske, er hat immer nur Superhelden gesagt, ich hab's letzte Woche schon gesagt, es ist eine Superheldenmaske, aber mir glaubt ja keiner. Ja, das hatte man ja. Deswegen bist du hier, Theresia. Das, das hatte man ja auch deutlich gesehen, ihr hattet ja auch, glaube ich, dann die Frage gestellt, ist es jetzt Marvel oder DC, worauf sie verweisen? Und jetzt mal ehrlich, es ist HBO, Warner, natürlich soll es, äh, Superman irgendwie sein, glaube ich, ne? Mhm. Also, gut, Superman hat keine Maske, aber, ja, vielleicht hat er die Unterhose einfach ein bisschen hochgezogen, ich weiß nicht. Aber er, er hat immer, er hat immer einen blauen Helden gezeigt und er wird irgendwie im Cape, also bitte, wer soll es uns sein? Ja. 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 Äh, dann kommt eine kleine Sache, wo ich mir dachte, okay, also, Henry, du tust zwar so, als ob du der absolute Fachmann bist, was die Postabglips angeht, aber so richtig raus hast du es nicht, denn er guckt halt nach, ob die Luft rein ist. Sie wollen jetzt also aufbrechen und dafür schiebt dir einen Tisch, so laut, wie es nur eben geht, an eine Tür, wo ich mir dachte, ja, wenn jetzt in der näheren Umgebung Leute wären, die hätten garantiert gehört, dass du da bist. Ja. Aber gut, nur meine Machende. Und dann, äh, gibt es ein Reveal, nämlich, wir sind zeitlich zu der Situation, äh, zu der Zeit angekommen, in der Joel und Ellie in diese Wäscherei krachen und halt eben diese Schießerei haben, die damit endet, dass halt eben ein paar dieser Widerstandskämpfe, unter anderem Brian, äh, von Joel ermordet werden. Brian, ja. Ja. Der, der Kampf, der, äh, in der vierten Folge wird's deutlich harmloser ist als im Spiel, ne? Definitiv, definitiv, und ich muss auch sagen, es gefällt mir im Spiel auch besser. Also, ich möchte mich jetzt nicht hier als, als Gore-Bauer hinstellen, aber ich finde tatsächlich, dass es der Serie nicht so gut tut, dass sie die Gewalt, die nicht zahm ist, nicht falsch verstehen, aber sie ist im Vergleich zu den Spielen wirklich reduzierter. Mhm. Und mir fehlt da doch dieses erdrückende, unangenehme Gefühl. Sie schaffen es wirklich gut, diese Postabgelübse darzustellen, äh, was gerade so die Settings angeht, aber die Gewalt ist mir einfach zu sanft. Das kann ich schon mal erneut wieder hier sagen. Ja, es wird halt nicht so ausgespielt halt wie in den Games. Also, du hast natürlich ähnliche Situationen, aber das wird alles so relativ schnell, ja, weg inszeniert, würde ich sagen. Also, du merkst immer mehr, äh, dass das, woran Craig Mason Interesse hat und worauf die Serie ihren Fokus legt, nicht unbedingt so die, die Gewalt und die, die ganze Stealth-Action ist. Das kann man natürlich auch nicht so umsetzen, aber das wirkt halt manchmal schon, also mich, mich stört es jetzt nicht, aber es wirkt manchmal schon wie so eine, ja, ich sag mal ganz böse Schmalspur-Version dessen, was wir in den Games haben, ne? Ja, kann ich jetzt verschmerzen, weil, ähm, die Serie legt nun mal mehr irgendwie Wert auf, auf Drama und Charakterinteraktion. Aber ich muss sagen, dass manche Sachen mir auch fast ein bisschen zu leicht dargestellt werden, also, auch wenn ich jetzt nochmal an Folge 2 zurückdenke, wo sie dann einfach nur fliehen und, und, äh, Tess sich in die Luft gejagt hat. Im Spiel ist das alles deutlich problematischer, da überhaupt wegzukommen. Ja, die, die schneiden halt da einmal weg, also, du siehst halt eine, du siehst zwar die Szene, wo halt, ähm, Kathleen jetzt auf den, auf den Arzt schießt, aber du siehst, also, du siehst sie halt die Waffe abfallen und du siehst halt nicht, wie sie eintrifft oder, genauso, die, die, die Kampfszene, wo dann, ähm, in dieser Wäscherei, wo dann Ellie wieder verschwinden muss, damit halt, ähm, ähm, Joel den jetzt endgültig kalt machen kann, das siehst du halt nicht, aber du hörst das, mehr oder weniger, aber, ja, da, da blenden sie immer weg oder zeigen halt was anderes. Obwohl mich das nicht stört. Ja, mich auch nicht, also, ich, gut, aber ich kenn ja das Spiel nicht, ähm, aber, ja, ich weiß jetzt nicht, also, sie, sie haben ja schon diese, dann immer nur diese, diese Monster da mit dabei und schon auch immer die Gewalt, also, wir verstehen jetzt, also, sie müssen es ja nicht immer auf die Spitze treiben mit, mit der Gewalt, aber so. Was mir halt fehlt, ist einfach, in dem, in dem Spiel schaffen sie es sehr gut und so dadurch, dass die Gewalt wirklich hart ist, dass, dass es sich auch wie eine Anstrengung anfühlt, es ist nicht schön, ja, und gerade dieser Kampf in der Wäscherei, das wirkte halt wie so ein Spannungsmoment, so werden sie es rausschaffen, aber es fühlte sich niemals erdrückend an für mich. Es war nicht dieses Gefühl, dass da gerade eine Faust in deinem Magen ist und dein Magen zusammenquetscht. Und zwar dieses unschöne Gefühl. Es ist halt so eine Filmgewalt. Es ist keine Gewalt, die dir wirklich das Gefühl von Eindringlichkeit vermittelt, finde ich. Das fehlt mir einfach. Und das ist ein Problem für mich, dass die ganze Serie durchzieht. Es sorgt nicht dafür, dass die Serie scheitert, das nicht falsch verstehen, aber ich finde, das ist der Punkt, wo ich sage, die zweite Staffel ist bestätigt, da können sie gerne noch ein bisschen dran optimieren. Würde ich mich sogar anschließen, wobei man, ich muss sagen, also ich meine, ich habe jetzt das Game gespielt und die Gewalt im Game ist wirklich, also ich meine, da gibt es Stellen, da zertritt Joel wirklich, wirklich Gesichter und Köpfe. Das ist schon richtig, richtig hart. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich froh, dass sie, also sie haben ja versucht, eben einen Mittelweg zu finden. Das ist ja so FSK 16, wobei, wenn sie jetzt so wegschneiden und das nur so indirekt zeigen, ist natürlich auch schon, das geht eigentlich fast schon mehr rüber in 12, ne? Ähm, aber ja, ich meine, gut, natürlich breitere Zielgruppe und hätten sie, also ich muss sagen, hätten, es ist die Frage, hätte die Serie so davon profitiert, wenn sie es wirklich so hart gemacht hatten wie die Games? Weil das Game ist wirklich, das ist wirklich FSK 18, ne? Also. Ja, klar, aber ich möchte mal sagen, ich meine, Game of Thrones war jetzt gerade auch kein trauriges Kind, wenn es um Gewalt ging. Ne, ne, ne. Und es ist ja nicht so, dass Last of Us wirklich jetzt nur eine Splatter-Sequenz hinter den anderen hat, ne? Ne, ne. Also, das ist, und wie gesagt, diese Splatter-Sequenzen sind ja auch nicht so, dass sie gemacht hast, das in den Spielen, dass du dich drauf freust, oh, jetzt wird gesplattert, das ist ja wirklich für mich als Spieler auch unangenehm. Ja, klar. Also, es gab halt Momente, wo ich mir echt überlegt habe, mach ich das jetzt oder versuche ich einen anderen Weg, weil ich es einfach so unangenehm fand, Leute zu erwürgen, sag ich mal, ne? Ja, aber wir reden gerade viel zu lange über Gewalt. Stimmt, stimmt, ja. Ja. Kommen wir mal wieder zurück zu unserem Recap. Henry und Sam folgen dann halt eben Ellie und Joel. Und dann kommen wir zu dem Moment, wir erinnern uns ja, in der vierten Folge endet ja damit, dass Joel total clever so Glasfalen aufstellt, damit man auch hört, wenn die Leute sich anschleichen sollten. Und, ja, Henry und Sam haben eine sehr gute Taktik gefunden, diese Glasfalen zu umgeben, nämlich, trittliches Glas. Auf den Spitzen tue ich, tue ich, ähm, ja. Ja, und Henry drückt dann seinem jungen Bruder auch eine Waffe in die Hand, glaube ich, ne? Also, der bedroht dann ja ... Wie wir wissen, haben die ja alle keine Kugeln mehr, aber die Waffe erstmal macht Eindruck. Das ist aber auch, äh, was typisch im Spiel ist, ähm, und deshalb ist es ja auch so ein unangenehmer Überlebenskampf. Du hast eigentlich immer zu wenig Munition und was weiß ich im Spiel. Wirklich. Ich kann uns eine eigene Erfahrung sagen, ich bin jetzt gerade auch im New Game Plus und auch wieder gegen Ende des Spiels und war in der Situation, wo ich wirklich total viele Kugeln wirklich gesammelt habe und dachte, haha, okay, jetzt bin ich unbesiegbar. Und dann kam halt irgendwie eine Gegnerwelle und ich hab sie geschafft, zurückzuschlagen, aber dann stand ich wieder da, wo ist meine ganze Munition hin? Ja, ich vermisse in der Serie die ganze Zeit die Molotow-Cocktails, die sind halt geil. Oder Nadelbomben. Ja, wir sind schon wieder bei Gewalt. Genau. Ja, wir kommen da nicht weg. Nee, nee, aber ist, ja gut, ich meine, es ist jetzt nicht wirklich eine gewaltvolle Szene, also wir setzen dann ja wieder da an, wo Folge 4 aufgehört hat, also Joel kriegt von Sam die Nacht. Na, äh, Waffe unter die Nase gehalten und Ellie von, von Henry und, äh, trotzdem lassen beide Brüder aber so durchblicken, dass sie denen eigentlich nichts tun wollen, sondern eigentlich nur helfen wollen und dann, äh, die sind zwar einander gegenüber irgendwie schon misstrauisch und, äh, äh, Joel, das, äh, das fand ich ja auch eine sehr coole Spitze, als dann irgendwie Joel den Mund öffnet und dann Henry sagt, ah, also dein Ton gefällt mir aber gar nicht. Und Andy meint, ja, Joel hat halt eine Arschlochstimme. Das ist Joels geheime Waffe. Genau. Die hab ich in den Spielen auch aufgenevelt bis Stufe 5. Ja, vor allen Dingen, nachher sagst du dann auch noch mal so, ja, keiner ist hier in Gefahr und dann endlich so, oh Gott, das klingt immer noch furchtbar. Ja, wobei, ähm, es wirkt auch so ein bisschen wie das Treffen zweier Alphatiere, Henry und Joel, weil ja dann auch irgendwie Henry sagt, ich bin der beisgesuchte Mann in Kansas City. Ja, 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 genau. Aber den Titel machst du mir bald streitig, ne? Ja. Ja. Gut, auf jeden Fall, ähm, was ich sehr schön finde, sie fitten dann doch relativ schnell, äh, zu einem Kompromiss und legen die Waffen nieder und, äh, essen was gemeinsam. Ähm, da kriegen wir ein paar Informationen, also wir erfahren, dass halt Sam ist acht Jahre alt, ähm, Joel bleibt aber Joel, das heißt, er ist pessimistisch und traut niemanden. Ähm, Ellie ist halt Ellie und spielt mit dem Kleinen, ähm, und Henry geht mit Joel einen Deal ein und zwar, er verspricht halt einfach, ihnen den Weg rauszuzeigen, wenn sie sie begleiten, ähm, und erzählt halt eben auch Joel, dass, äh, die Federer schlimm waren, aber er hat eben mit ihm kooperiert, ähm, und Joel findet das nicht so geil, weil er weiß halt, Kooperatüre sind eigentlich Arschlöcher, aber ob Henry wirklich ein Arschloch ist, dazu erfahren wir gleich mehr, ähm, aber sie, ähm, machen dann gemeinsame Sache, der Ziel ist relativ einfach, Henry ist der Wegführer und Joel ist der Schütze. Ja, weil er ja gesehen hat, dass Joel, äh, schon ein bisschen was drauf hat, ne? Und, äh, ja, er sagt dann Joel so halb die Wahrheit hier dann eher noch von wegen, ja, ich, ich kenne die Stadt, aber ich habe hier niemanden getötet und das, was ich gerade eben gemacht habe, euch mit einer nicht geladenen Waffe zu bedrohen, das, das war schon das Schlimmste, was ich je gemacht habe, ne? Ja, genau, ja, ja. Ja, aber es ist halt, äh, und im Hintergrund siehst du halt eben Ellie und den, den Jungen halt zusammenspielen, also Sam freut sich quasi, dass er jemanden noch gefunden hat oder mit dem er sich, ich glaube, die amüsieren sich dann auch mit diesem Witzebuch. Ähm, ja. Ja, 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 das, das ist eine Szene, die gibt es auch so relativ ähnlich im Game, ich glaube, da haben sie irgendwie Blaubeeren und, äh, Ellie und, und Sam schmeißen die sich dann irgendwie gegenseitig in den Mund oder sowas. Äh, und das, ja, es ist durchaus eine schöne Szene, wo dann, wo dann halt der, also wo man, wo man halt merkt, dass Henry seinen Bruder lange nicht so erlebt hat, ne? Ähm, und, äh, sie, sie sind da, wo, wo sind sie da oben? Ich glaube, sie verschaffen sich da irgendwie einen Ausblick, das, das ist so ein Bürogebäude oder was, ne? Das ist so ein Bürogebäude, ja. Wo ich auch wieder sagen muss, das sieht halt wirklich eins zu eins aus, wie was im Spiel übernommen, also gerade was die Settings angeht, ist es wirklich eine eins zu eins Kopie und wenn man was übernehmen kann oder übernehmen sollte und zwar ganz genau so wie es im Spiel ist, dann sind es die Settings, also da haben sie wirklich ganz, ganz herausragende Arbeit gemacht. Ja. Ähm, wir erfahren dann auch endlich, dass Kathleen, äh, die Führerin des Widerstands ist und, ähm, Henry hat, äh, einen Fluchtweg und zwar durch Wartungstunnel. Ähm, und da sollen die Federer wohl die Infizierten vor 15 Jahren eingesperrt haben, äh, was aber wohl niemand weiß, ist, dass vor drei Jahren die Tunnels gesäubert worden sind. Was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, ist, wie hat man denn bitte die Infizierten vor 15 Jahren in die Tunnels bekommen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Infizierten, die Klicker und die Bloater einfach in so eine Schlange standen und so. Ja, die haben die, die haben die halt zurückgedrängt, aber, ja, es macht nichts. Also vor allem, wie sie sich dann auch da drin gehalten haben, also dass die nicht ausbrechen. Ja, weil ganz ehrlich, wir, ich springe mal kurz voraus, wir sehen am Ende ja, was Infizierte so machen können und das sieht mir nicht danach aus, dass niemand, dass man die einfach so, ja, geh doch bitte nach da, nach da. Ja, geradeaus und dann, ne, äh, erste Tür links, jeder nur ein Kreuz nach dem Auto, das wird nicht funktionieren. Also, ähm, das fand ich ein bisschen seltsam, ich muss auch sagen, so viele stücke ich voraus, ich war dann auch ein bisschen enttäuscht, was sie daraus gemacht haben, denn für mich war klar, oh, sie gehen durch die Tunnel, das heißt, da muss es jetzt wirklich richtig spannend und gruselig werden, äh, Spoiler, nee, ist es nicht. Die sind einfach dann so, nö, ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ja, das, das ist halt wieder so einer dieser Punkte, wo ich dann halt überlege, wie war es im Game und, äh, ja, ich meine, da sind jetzt keine Horden von Infizierten, aber das sind trotzdem noch ein paar und das ist einfach auch, ja gut, ich meine, da ist auch noch, äh, von wegen Ellie kann ich schwimmen und muss dann immer auf so eine Europalette klettern, dass sie das nicht drin haben in, in, in der Serie geschenkt, aber es ist, es wird tatsächlich ein bisschen zu leicht dargestellt alles, finde ich, also, dass sie dann da wirklich durch diesen Tunnel gehen und man merkt dann, Henry wird auch dann wirklich schon so leichtsinnig, ne, von wegen, ja, mein Plan funktioniert. Ähm, ja, vor allem, äh, da merkt man auch, dass er anscheinend, er hat, glaube ich, viel Erfahrung mit, äh, Widerstand und Pedro, aber nicht mit Infizierten, weil dann stehen die halt in diesem Tunnel drin und Joel ist übervorsichtig und Henry so, geil, wir haben's geschafft. Ja, gut. Genau, der Plan läuft schon. Er schickt dann seinen Bruder vor, hey, mach mal die Tür auf und dann Joel so, nein, das mach ich. Er schickt das Kind vor. Ja, ja. Wie dachte ich, ernsthaft? Vor allem, Henry sagt den dümmsten Satz, den du sagen kannst, wenn es heißt so, ja, ich führe euch, ich fülle mich aus, denn er sagt, ich glaube, da geht's lang. Ja. Das ist der dümmste Satz. Da ist dann auch hier, ähm, da kommt dann auch nochmal Joels Pessimismus durch und, äh, dann, dann kommentiert das Henry an einer Stelle und sagt dann, naja, so dein Dad ist aber ziemlich pessimistisch und dann antworten Ellie und Joel gleichzeitig, nein, er ist nicht mein Dad, beziehungsweise ich bin nicht ihr Dad. Ja, das fand ich auch sehr gut. Schöne, schöne Dynamik. Äh, übrigens auch nochmal, ähm, im Hinblick auf das Spiel oder auch das Produktionsdesign, das hat man zwar nur ganz kurz gesehen, aber ich fand dieses verwüstete Bankgebäude total geil. Mhm. Da hätte ich, da hätte ich noch mehr von sehen wollen, also wie sie dann irgendwie durch so eine, ja, so eine, so eine Drehtür, wie man das halt kennt bei so, bei so hohen, ähm, Gebäuden oder was, oder eben so, ja, so Bank, Bankgebäuden, äh, und dann halt total verwüstet und verdreckt und, ah, hätte ich noch viel mehr sehen wollen von eigentlich irgendwie, schade. Ja, wo ich halt echt enttäuscht war, also ich fand es immer ein schön, was jetzt kommt, nämlich sehr, sie gehen halt durch diese bemalte Tür und es ist ein Untergrundkindergarten und wir erfahren, es gab wohl so Untergrundsiedlungen, ist auch in den Spielen so, aber in den Spielen weißt du halt immer so, da konnte jede Ecke Infizierte sein. Ja. Ich finde, das schafft die Serie hier nicht. Nee. Das ist mit einer der größten Kritikpunkte, die ich an dieser Folge habe, sie machen dich heiß auf Spannungsmomente und eigentlich würde sich die Saturn ja perfekt dazu eignen, dass sie da zwei, drei Minuten rum, äh, gehen und immer auf der Hut sind und irgendein, jedes Geräusch könnte irgendwas Böses sein, ähm, aber nee, sie machen nichts draußen. Das fand ich sehr, sehr schade. Theresia, hattest du dir da von mir erwartet? Ich hab mal auch gedacht, dass das jetzt irgendwie so der Spannungsmoment ist, wenn die halt dann durch den Tunnel gehen, dass du halt dann schon damit rechnest, da irgendwelche Infizite zu treffen oder halt wieder solche, die halt schon quasi eins geworden sind mit der Wand, so wie wir es schon mal hatten, also mit sowas hab ich irgendwie gerechnet, ähm, fand's dann nachher schon auch schade, dass dann nix draus gemacht haben, aber, die Szene, die jetzt da folgt, wenn die in dem Raum sind, die fand ich halt einfach trotzdem auch sehr schön. Ja, also da kann ich mich anschließen, also sie haben, ja, stimmt schon, also spannungstechnisch verschwenden sie irgendwie schon immer wieder Potenzial oder lassen es einfach liegen. Mhm. Und, ähm, ich muss aber sagen, dass ich die Szene in dem, äh, sag ich jetzt mal, Bunker-Kindergarten für sich genommen schon irgendwie schön fand. Da war auch ein schöner Verweis aufs Game, wo Joel irgendwie so eine Zeichnung findet, isch our protectors, ne? Also, ähm, das ist ja, das ist ja auch wieder so eine Frage, weil im Game sind diese ganzen Sachen ja optional. Du sammelst die ein, aber du musst dir die nicht ansehen oder kannst die einfach auch völlig, völlig, äh, links liegen lassen. Ähm, im Spiel wird, äh, in der Serie wird natürlich direkt darauf verwiesen, aber es wirkt jetzt nicht so, oh, oh, das ist genau wie im Game, ne? Also, das ist nicht so dieses Remember-Remember, so diese, diese, äh, DiCaprio-Gedächtnisposer, ne, die man, äh, als Meme mittlerweile auch hat. Ja, wobei ich auch sagen muss, was im Spiel auch besser ist, ähm, da sieht man halt eben im Kindergarten, das sind doch ein paar andere Sachen da rumliegen, ne? Ja, ja. Da kommt, da wird die Tragik einem bewusst, das, das lassen sie jetzt eben in der Serie aus. Man kann sich denken, dass es nicht gut ausgegangen ist, weil da sind halt, außer jetzt, äh, Joel und seine Kompagnos keiner mehr. Aber in den Spielen siehst du schon sehr deutlich, da ist halt irgendwas echt schiefgelaufen. Und das erhöht halt in dem Spiel nochmal so den Druck, den du als Spieler hast, weil du nochmal damit konfrontiert wirst, hier ist irgendwas, hier muss irgendwas sein, irgendwas Gefährliches. Ja. Aber das fehlt hier halt vollkommen. Und es ist schön inszeniert, gar keine Frage, Set-Design, darstellerisch, müssen wir nicht drüber reden, aber ich finde halt, sie haben hier wirklich eine sehr, sehr große Chance verstreichen lassen. Wirklich eine erinnerungswürdige und spannungsgeladene Sequenz rauszuholen. Ja. Das finde ich schade. Ja, sie hätten dem Ganzen auch halt noch mehr Tragik geben können. Ich meine, gut, wir haben ja am Ende der Folge dann diesen, sag ich mal, Child-Clicker. Aber, ähm, ich meine, im Spiel ist das ja so, dass du dann halt diese Notizen und Hinterlassenschaften findest und dir ganz genau denken kannst, oh, irgendwie war da doch einer infiziert und es ist für alle nicht gut ausgegangen. Oder, dass da vielleicht noch jemand übrig ist. Da ist ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das an der Stelle ist, aber es gibt im Game irgendwie, äh, 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 einen anderen Ort, wo jemand, glaube ich, irgendwie mit einer Handschelle irgendwie an ein Rohr gekettet ist und wo man ganz genau sehen konnte, die haben halt jemanden, äh, aus ihrer Gruppe abgesondert, der infiziert war. Und am Ende ist es aber für alle nicht gut ausgegangen. Und sowas, sowas fehlt, weil es gibt dem Game was wahnsinnig Bitteres und diesen Orten natürlich auch irgendwie Geschichte. Sie geben dem Ort hier auch Geschichte, aber, ja, es wirkt fast ein bisschen weichgespült, ne? Ja, und, also, ich muss sagen, auch für jemanden, der die Spiele nicht gespült hat, also, du wartest halt immer drauf, dass du halt wieder irgendwie, sie sich eben gegen diese Infizierten verteidigen müssen. Und, ja, also, wirklich in diesem Tunnel hat sich das wirklich 1A irgendwie angeboten. Vor allen Dingen war halt die Folgen davor relativ wenig in der Hinsicht passiert ist. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, ähm, und das hat mich auch überrascht, als ich jetzt halt eben The Last of Us gespielt habe, äh, ich dachte wirklich, das ist ein reines Horror-Survival-Game und das ist es ja eigentlich gar nicht. Also, es hat zwei Elemente davon, aber, äh, ich weiß nicht, du, würdest du es wirklich als Horror bezeichnen? Also, ich würde es auf jeden Fall als Survival-Spiel bezeichnen. Ja, das trifft es. Es hat alle Attribute, was das angeht. Wir haben ja schon die Munitionsknappheit geredet. Ähm, es ist ein Action-Spiel auf jeden Fall. Es ist teilweise sehr actionreich. Mhm. Ähm, aber, und es ist auch zu großen Teil ein Horror-Spiel. Also, gerade wenn du es zum ersten Mal spielst, weiß ich noch, dann kannst du ja gerne mal versuchen, einfach durchzurennen. Äh, je nachdem, auf welcher Schwierigkeitsstufe du das spielst, wirst du sehen, wie weit du kommst. Oh, ja. Ich würde es tatsächlich als Horror-Survival-Action-Stealth-Spiel bezeichnen. Aber ich bin jetzt kein, äh, kein so großer Gaming-Virtuose oder Experte, um jetzt genau zu sagen, zu welchem Genre das gehört. Aber da steckt viel drin, außer gute Laune und Jump'n'Run. Ja, es ist, es ist halt sehr auf, äh, Stealth und Survival gemünzt, was mir ja auch gefällt. Also, ich muss auch sagen, dass ich eher ein Typ für Stealth bin und das belohnte Spiel ja auch. Aber, ähm, unabhängig davon, muss ich sagen, für sich betrachtet, ist die Szene hier eigentlich schön. Also, dass dann zwischen Ellie und Sam so, ähm, sich, sich Bande entspinnen, dass sie dann irgendwie Fußball gegen so eine Torwand spielen und dann auch so mit diesen, mit diesen Comics anbundeln zusammen. Das war schon für sich genommen echt schön und auch schauspielerisch wirklich gelungen, ne? Dieses Setting dieses Kindergartens wird jetzt auch genutzt dafür, dass Joel ein bisschen auftauen darf. Äh, das scheint irgendwie mal länger, mal kürzer zu dauern bei ihm. Ähm, Joel entschuldigt sich bei Henry, dass er halt eben so ein kleiner Miesepeter ist. Und das reicht Henry dann aus so nach dem Motto, ja, weißt du, jetzt erzähl ich dir auch mal meine Lebensgeschichte. Ja, das war vorhin nur die halbe Wahrheit. Spätestens da, ich meine, ich wusste halt, was passiert, weil ich die Spiele kenne. Ähm, aber spätestens da war mir klar, so, selbst wenn ich die Spiele nicht gespielt hätte, ja komm, ihr überlebt die Folge nicht. Weil sonst hättet ihr jetzt, sonst kämen wir diese ganze Weile jetzt schon raus. Jedenfalls erfahren wir halt eben, dass Sam schon, also Leukämie hatte und brauchte halt ein Medikament. Und das hatte halt wirklich nur die Fedra. Ja, und deswegen hat Henry mit der Fedra geholfen, Keflins Bruder zu verraten, der halt der Anführer des Widerstands ist. Und so wissen wir auch, warum Keflin auf Henry nicht so gut zu sprechen ist. Ja, es ist interessant, weil es öffnet halt so jetzt die, ich sag mal hier, die andere Seite der Medaille. Mhm. Joel war ja wirklich sehr gegen Henry, weil er halt eben gesagt hat, mit Leuten, die mit der Fedra zusammenarbeiten, will ich nichts zu tun haben. Aber das zeigt halt Joel nochmal, auch Henry tut halt das, was er fürs Überleben tun muss. Und nicht für sein Überleben, sondern halt eben für das Überleben seines kleinen Bruders. Und ich glaube, sowas wirkt bei Joel. Und ich glaube tatsächlich, wenn die Folge nicht so geendet wäre, wie sie geendet wäre, wäre Joel mit ihnen auch weitergegangen. Ja, das Angebot stand ja dann nachher auch. Und das ist ja, das ist ja das, was ich gemeint habe. Also du bist ja so hin und her gerissen. Also du, ich verstehe halt Kathleen, dass die halt da die Rache für ihren Bruder will, weil der halt verraten worden ist und eigentlich halt auch nur diesen Widerstand wollte und halt die Fedra halt besiegen wollte. Aber du kannst halt eben auch Henry nachvollziehen, dass der halt einfach seinen Bruder retten wollte und dann halt alles getan hat, was halt notwendig ist. Und dadurch auch einen Mann verraten hat, dem er, dem er gefolgt wäre, wie er sagt, dem er, den er halt irgendwie, auf den er gehorcht hätte. Ja, der für ihn halt irgendwie ein großer Mann gewesen ist. Genau, groß, großartiger Mensch, Anführer, dem man wirklich folgen möchte. Ja, was ich nur sagen wollte, das ist, aber in der Serie wird das dann schon so dargelegt, dass du halt, würde ich jetzt mal sagen, mehr auf Henrys Seite bist. Auch wenn du halt natürlich verstehen kannst, warum Kathleen sauer auf den... Da muss ich sagen, man hätte Kathleen gerne noch mehr Facetten geben können, weil sie bleibt eine relativ eindimensionale Figur, finde ich. Aber dann wäre diese Folge halt nicht 53 Minuten lang, sondern wahrscheinlich wieder 90 und das kann ich schon verstehen. Also sie muss sie aber anscheinend auch stärker durchgegriffen haben als ihr Bruder, weil das ist ja da in dem... Oder vielleicht greife ich das zu sehr vor, weil das kommt ja danach heraus, dass eben Michael, glaube ich, ist der Bruder, zuerst der Anführer gewesen ist. Und dadurch, dass er jetzt eben gestorben ist, nimmt heute sie die Rolle ein. Aber wie hört hier dann Perry sagt, mit Michael hätte sich nichts geändert. Das hat man erst mit dir geschafft. Was mir ja schon einfach besser als im Game gefällt, dass man Henry einfach nochmal deutlich mehr Tiefe hier gibt. Und auch eine klarere Motivation. Also klar im Game, doch, da ist es einfach nur so, dass er seinen Bruder beschützt und die tauchen auch beide so ein bisschen plötzlich auf. Und hier hat das Ganze halt deutlich mehr Motivation. Das gefällt mir persönlich besser. Und es wird ja dann auch durchaus so erzählerisch eine Parallele dann gezogen, eben zwischen Kathleen und ihrem Bruder und Sam und seinem Bruder. Also Henry, das gleicht sich schon irgendwie. Also da haben wir dann diese Szene mit Kathleen und Perry als nächstes, wo er dann Kathleen von ihrem Bruder erzählt. Und dass der ihr Geborgenheit gegeben hat. Und die steht dann ja auch in ihrem alten Kinderzimmer. Und es sind schon einige Verbindungen, die man dann eben zum Verhältnis von Henry und Sam ziehen kann. Ja, diese Szene im Kinderzimmer mit Kathleen, die halt eben jetzt folgt, über die du schon redet. Und auch wieder ein Beispiel, wie perfekt sie es schaffen, diese Settings einzufangen in den Spielen. Weil das sieht halt wirklich exakt so aus, wie in den Spielen. Ja, ja. Was ich übrigens auch sehr lustig, aber interessant fand, anscheinend lebt Kathleen's Mutter noch. Mhm. Denn Perry hat gesagt, er hat mit ihr geredet. Ich war ein bisschen, nicht verblüfft, aber dass die Mutter noch lebt. Okay. Ja. Hab mich auch gefragt, hat die irgendwie, welchen Stellenwert hat die dann in dieser Organisation? Das verrät die sie ja nicht, muss sie auch nicht. Aber das sind so die Gedanken, die mir durch den Kopf geschossen sind. Ähm, und was bei der Szene für mich am herausstellendsten war, ist, dass man nochmal sehr deutlich sieht. Ich glaube, Perry mag Kathleen wirklich sehr. Ja, bei mir ist es halt der Szene aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, okay, da geht was. Ja, vor allem, das ist ja auch ein relativ harter Kontrast, ne? Ich meine, sie sieht ja noch so relativ, sag ich mal jetzt, in Anführungsstrichen, bürgerlich aus. Und er ist halt so ein, ja, eine Maschine eigentlich. Ich muss leider auch sagen, ich finde Perry gar nicht so unsympathisch. Nö. Aber erinnert mich einfach vom Aussehen her, äh, Leute, die auf YouTube unterwegs sind, äh, ja, vielleicht sucht ihr den Namen nicht. Aber der sieht einfach so krass aus, wie der YouTuber Tim Kellner. Und deshalb kann ich den Typen leider irgendwie nicht ausstehen in der Serie. Das tut mir auch echt gegenüber dem Schauspieler leid, aber, oh Mann, das, das, ich projiziere da echt viel drauf, sorry. Also, mir tut Perry irgendwie leid. Ich habe immer das Gefühl so, wenn Kevin sagen würde, Perry, lass uns einfach abhauen und irgendwo gemeinsam unsere Zukunft verbringen, dann würde Perry sagen, cool, machen wir sofort. Aber geht halt nicht, weil, weil, äh, Kathleen schon ein bisschen, ja, engstörnig, wenn ich es mal wirkt. Sehr engstörnig. Aber, aber, aber Kathleen hat auch durchaus, äh, äh, ja, was heißt Gewissensbisse, die, die hat halt das Gefühl, dass, äh, dass sie eigentlich schon lange nicht mehr das macht, was ihr Bruder gewollt hätte. Und dass sie irgendwie auch ihrem Bruder nicht, nicht gerecht werden kann. Äh, also ganz ehrlich, weil es wirkt halt schon so auf mich zumindest, dass sie für ihre Rache halt wirklich über Leichen geht. Und zwar nicht über zwei, drei, sondern über viele. Die hat ja in den zwei Folgen, wo sie vorkommen, glaube ich, schon Minimum zwei Dutzend Menschen exekutieren lassen, ne? Ja. Ja, exekutieren lassen. Betonung darauf. Ja, aber den Arzt hat sie selber. Ja, gut, den Arzt hat sie selber. Kathleen tötet nur Leute mit Universitätsabkommen. Das ist aber, ähm, in Hinblick nochmal darauf, dass ja auch dann ihre Mutter noch lebt, dass, äh, auch hier bei dem Arzt, dass so Leute auch so relativ alt werden in diesem Setting. Das wundert mich auch schon irgendwie ein bisschen, ne? Ja, wobei sie halt gesagt haben, dass die Fedra halt wirklich lange das unter Kontrolle hatte. Und ich glaube, bei der Fedra bist du dann zumindest von Infizierten sicher. Und wenn du dann eben spurst, glaube ich, ist es gar nicht so unrealistisch, dass du auch alt werden kannst. Ja, gut, stimmt natürlich. Kommen wir mal wieder zu unserem, äh, Power-Quartett. Mhm. Es ist mittlerweile Nacht und jetzt kommt eine Sequenz, die wir auch aus dem Video spielen kennen, aber da ist es Tag Hell, wo es passiert. Ja. Ähm, sie haben es fast geschafft, doch dann, ja, ist da ein Scharfschütze in einem Haus und, äh, zum Glück stehen ja genügend Autos, damit man von Deckung zu Deckung huschen kann. Spieler werden wissen, was gemeint ist. Äh, 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 und der Plan sieht wie folgt aus, ähm, Joel will sich hintenrum reinschleichen und den Schützen beseitigen. Und auf dem Weg versucht der Schütze ihn halt zu treffen, schafft es nicht. Äh, Joel sieht dann weiter fern auch so eine Brücke, wo er halt, glaube ich, damit signalisiert sein soll. Okay, der Ausgang ist nahe. Mhm. Und, ähm, im Spiel ist es eine Sequenz, die dauert halt sehr, sehr lange, weil man muss sich von Deckung zu Deckung schleichen. Da kommen andere Leute hinzu. Ähm, die ist echt hart im Spiel. Ja. In der Serie wird das verständlicherweise abgekürzt. Ähm, wobei man da auch natürlich wieder Spannungssequenzen hätte einbinden können. Ähm, okay, fand ich jetzt beim Tunnel, muss ich sagen, schlimmer, weil da wurde halt eben vorher schon so angeteasert, oh, es könnte was kommen. Mhm. Ähm, und hier ist es so, dass es Joel relativ schnell ins Haus schafft. Und dann kommt eine Veränderung zum Spiel, die ich wirklich gut finde. Mhm. Nämlich, der Schütze ist nicht wie im Spiel so ein 0815-Soldat, mit dem es ja noch einen Rangel gibt. Nein, es ist ein älterer Mann. Ähm, und Joel sagt ihm halt so, pass auf, leg deine Waffe nieder, gib sie mir. Ja. Bleibt eine Stunde lang hier sitzen und dann ist alles vergessen, aber das macht der Typ nicht. Und dann kommt das, was wir schon öfters gesehen haben bei solchen Situationen in der Serie, äh, es wird dann, äh, nicht abgeblendet, es wird zu Ellie geschnitten und wir hören einen Schuss und wir wissen halt eben, was passiert ist. Ja. Dominik, wie hat dir diese Sequenz gefallen? Die hat mir durchaus gefallen. Ich meine, im Spiel ist das ja auch dieser Scharfschütze, der da oben sitzt, der, äh, ist ja ein richtig sadistisches Arschloch im Spiel, ne? Ja, der wöhnt einen auch die ganze Zeit, ja. Ja, 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 das ist, das ist so ein Militärfuzzi oder was, der da irgendwie, äh, Spaß mit seinem Scharfschützengewehr hat. Ähm, ja, ich finde, man hätte noch ein bisschen mehr draus machen können, Joel, kommt da, das, das ist es halt, wenn man es jetzt im Game hat, ich meine, im Game, da schleichst du dich gefühlt durch eine halbe Stadt, da ist ein verbranntes Haus, der hetzt deine, die, die Typen auf dich und sieht dich auch ständig. Es ist halt wieder so, ich meine, sie, sie komprimieren das hier natürlich auch stark, ne? Also wenn sie dann hier, ähm, also wenn, wenn unser Quartett dann irgendwie aus dem Tunnel raus ist, dann laufen die ja erstmal irgendwie durch, durch alle möglichen verlassenen Gebäude und, äh, das ist ja auch sehr stimmungsvoll gemacht. Ich meine, da sind Häuser, da kannst du teilweise wirklich sehen, wie viel, äh, also wie, wie groß die Familien waren, die da gelebt haben, da stehen teilweise auch noch die Bügelbretter rum, alles mögliche. Und das ist hier natürlich schon alles sehr komprimiert, ähm, und sie kürzen es halt auch wieder abgegen über dem Game, aber so, ähm, ich, ich muss sagen, ich weiß nicht, Theresia, du, du hast ja die Games nicht gespielt. Ähm, merkst du hier schon irgendwie, was daraus so spielmechanisch sein könnte? Weil, weißt du, das ja auch schon erwähnt hatte, mit den Autos, die halt rumstehen, damit man Deckung suchen kann. Ja, gut, das war mir schon klar, also, ähm, ich hab das aber, dass natürlich die Autos von Vorteil sein, dass man da sich immer hinter irgendwelchen Autos verstecken, verschanzen kann, ist mir schon klar. Aber, dass es halt natürlich jetzt, ähm, für das Spiel extra so gemacht worden ist, ich mein, das kann halt sein, ich mein, jeder hat fluchtartig immer alles verlassen und alles stehen und liegen lassen, wo es ja grad war. Also, ich denke so nicht so viel drüber nach, aber was, wo ich halt auch dachte, wo ich halt falsch gelegen bin, ist, wer halt dieser Typ ist. Also, ich hab das halt dann auch gesehen, dass das halt so ein älterer Herr ist und ich dachte, der ist halt so, so a la Bill und hat sich halt hier verschanzt und will halt einfach nur in Ruhe gelassen werden. Und deswegen fand ich es einfach so, ähm, so krass, wo halt dann halt eben Joel versucht hat, ihm zu erklären, hey, wir tun dir nichts, gib mir einfach die Waffe, wart eine Stunde, dann ist alles vorbei, wir, jeder geht seinen Wege und alles ist gut. Und dachte ich halt, ah, das ist einfach halt nur so einer, der halt hier zurückgeblieben ist und einfach halt so leben will, wie er halt lebt. Aber, ich wurde er das Bessere belehrt. Ja, der, der, der ist ja, der ist ja nicht so allein, der ist ja irgendwie jemand, der, äh, also, der, der hat doch, glaube ich, dann ein Funkgerät, wo dann Kathleen's, äh, süßliche Stimme zu hören ist. Ja, du merkst, scheiße, der gehört zu denen, der hat das jetzt verraten, wie sie da sind. Ja, das ist, ja, das ist eine Sache, die will ich nicht ankreiden, aber ich war noch schon überrascht, wie schnell sie da sind. Ja. Ähm, ja. Das wirkte nämlich wirklich so, als ob Kathleen und ihre Crew irgendwie gefühlt nur 300 Meter hinter Joel und Ellie sind. Mhm. Ähm, denn, äh, wenn Joel halt den Funkspruch hört, wird dann zurückgeschnitten zu Ellie, äh, Henry und Sam, die halt immer noch in diesem Auto da hocken und dann hört man im Hintergrund schon, da kommt irgendwas. Oh, ja. Ja, es ist Kathleen und ihre Armee mit ihrem Run-Vehikel, das ist ein Bulldozer, nenne ich ihn mal, der, wie gesagt, im Spiel auch hassenswert ist. Ich fand, das hat man doch so richtig, das hat man doch so richtig gemerkt, weil man gedacht hat, okay, da scheuchtet jetzt gleich die vor sich her und ich muss dann also lachen, wo die gesagt haben, hey, das sind Autos und Kathleen dann so, ja, deswegen seid ihr vorne. Wobei, wobei Kathleen es auch falsch macht, denn auf dieser Dampframme von diesem Fahrzeug steht ja auch Run. Ich finde es nicht gut, seinen Opfern zu sagen, was sie zu tun haben. Ja, aber dieses, ja. Gott ehrlich, wenn er nicht gestanden hätte, Run, sondern einfach bleibt stehen, wäre es einfach. Stay, stay, genau. Ja, ja, das, aber, oh Gott, dieses Ding, also, wobei, das ist ja, das baut sich ja im Game auch viel mehr auf, also da muss man ja, glaube ich, da steht man ja mit Joel, mit dem Scharfschützengewehr oben und muss dann, äh, da rücken dann ja auch, glaube ich, noch Infizierte an, ne, da ist ja noch viel, viel mehr. Ja, genau, ja, also im Spiel wird es dann auch ganz anders, wie gesagt, äh, im Spiel ist es auch tagsüber, das ist klar, weil du halt eben dann besser sehen kannst, ähm, Joel versucht eben in der Serie halt diesen, ähm, ja, dieses Fahrzeug aufzuhalten, es gelingt ihm auch, die Fahrerin zu erschießen nach längerer Zeit. Ähm, ob das jetzt so glücklich war, sei mal dahingestellt, denn das Fahrzeug rast halt in ein Gebäude, es fängt Feuer, alles brennt lichterloh und wer sich jetzt dachte, hm, hätte Schlimmer enden können, na, warten wir noch. Dann warten wir noch 30 Sekunden, denn, ähm, ein Sinkloch entsteht und wir erinnern uns in Folge 4, dass Perry Kathleen ja gezeigt hat, hier im Keller ist so ein Loch, das wabert und bewegt sich, das ist nicht so gut für uns und Kathleen hat sowas gesagt wie, ah, wird schon nicht so schlimm sein, schließlich auch gut ist. Boah, halt die Tür zu und, und, äh, wir waren die hier, genau. Ja, muss man sagen, also das Sinkloch entsteht ja, glaub ich, erst später, ich glaub, ich hab das da, wo das Auto neigekrascht ist, noch gar nicht irgendwie registriert, also da ist halt einfach alles explodiert und dann kamen ja erstmal noch hier da die Gespräche und hier, ähm. Genau. Ja. Genau, also Henry. Jetzt kommt nämlich was, was nochmal sehr wichtig ist, um, äh, Kathleen's Charakter nochmal so richtig auf die dunkle Seite zu bringen, denn Henry, äh, redet mir ihr und will ein Angebot machen, nämlich, pass auf, ich ergebe mich, aber die Kinder lässt du laufen und, äh, Kathleen sagt so, äh, nö, warum, sehe ich ja gar nicht ein, äh, ich bin hier diejenige, die die Empfehle gibt und du bist jetzt auch mal tot. Ja, und es hat zwar auch, Kinder müssen, oder Kinder sterben halt auch und so, also, hm. Genau, von, von wegen deinem Bruder hätte, hätte er vielleicht sterben sollen, weil Kinder sterben halt und, äh, sie lässt sich dann auch nicht drauf ein, dass, äh, zumindest Sam und Ellie dann irgendwie gehen können, weil, ja, ne, sie gehört zu dir und, äh, Ellie gehört wahrscheinlich zu dem Typen, der Bride. Brian muss sehr wichtig sein, also, Wahnsinn. Brian! Bei, ähm, ich, da war auch wieder, da hab ich mich so richtig wie im Game gefühlt, wo Joel da oben steht und man von unten den Befehl hört, flankieren und ausschalten. Und, ja. Was übrigens auch wieder so typisch ist, ist halt so, gerade in dem Moment hat er halt Ladehemmung, ne? Ja. Ja, 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 ja. Ja, da, da, da ist doch, das, das ist aber auch im Game ja sehr dramatisch, wo er dann, also, ich, ich hab völlig drauf gewartet, dass Pedro Pascal sich dann auch so selber zuflüstert, so, ja, komm schon Joel, fuck, und so, ne? Das, ja. Ja, aber, äh, Henry hat halt, Henry hat dann noch zu Ellie gesagt, sie soll dann mit dem Bruder abhauen und er hat sich halt jetzt doch Kathleen gestellt und dann ist halt Kathleen dabei, ihn zu erschießen. Genau, und, äh, die, die zieht ihre Waffe, hm, und dann versinkt der Truck im Boden, ne? Ja, das ist dann so, äh, äh, ich weiß nicht, ist das die gute Art von Deus Ex Machina oder die schlechte von Deus Ex Machina? Das kann man sich jetzt, also, für Kathleen ist es die schlechte, denn ein Sink, äh, noch macht sich auf und rauskommt sehr schnell Infizierte. Sehr viele. Und leider hier nicht von zwei, drei, genau, sondern von sehr, sehr vielen. Ja, eine Horde. Die dann auch relativ klar machen, klar, du kannst mit einem Gewehr Szenen davon erschießen, aber sobald dich nur einer hat, bist du halt am Arsch. Und so wird's recht schnell Katharines Armee dezimiert, ähm, Harry versucht dann seine, ich nenne sie aber mal Geliebte, ähm, in Sicherheit zu bringen, aber, leider Gottes, äh, war das hier nur so das Kleinzeug, denn wir sehen einen Bloater. Ja, die Szene, die beim, glaub ich, ersten und zweiten Trailer, den Trailer abgeschlossen hat, sehen wir jetzt in aller, äh, in aller Gänze, als Lothar kommt. Das ist ein sehr großer Infizierter, der in den Spielen auch noch so Sporenbomben wirft, sehr viele aushält, ähm, in der Serie wirft er keine Sporenbomben, dafür ist es ein wirkliches Powerhouse. Ja, und ich glaube, sein erstes Opfer ist auch gleich Perry und dem reißt er wortwörtlich den Kopf ab, wobei ich hier auch einer sagen muss, ich hab ja die alle Folgen vorbesehen können. Und bei Folge 5 war es so, dass dieses ganze Sequenz war unfertig und das sah in der unfertigen Fassung alles sehr, sehr komisch aus, weil da kamen halt keine Infizierten raus, da kamen graue CGI-Figuren aus dem Boden raus. Ja, 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 stimmt, ich hab den Screener auch gesehen. Ja, weil ihr halt einfach die Geduld habt zu warten, verstehst. Ja, aber jetzt ist es ja, ähm, relativ final gewesen, also es sah auch schon gut aus, der Bloater, der Bloater sah auch echt gut aus, also ich muss sagen, da hab ich mich dann auch entschädigt gefühlt, ich meine, viele haben sich ja aufgeregt, dass man diesen Kampf mit dem Bloater in der, in der Grundschul-Sporthalle nicht hat, in der dritten Folge mit, mit Bill, das ist ja alles weg und das hat jetzt einen schon entschädigt. Ja, gut, der wirft keine Sporenbomben, aber meine Fresse, also allein schon der Gedanke hinter diesen Viechern, ich meine, du musst dir mal vorstellen, das war mal ein Mensch und der ist so lange infiziert, also 15, 18 Jahre, dass der so dicke Pilzschicht um sich hat, dass das wie so ein Panzer fungiert. Ich meine, die sind ja, die haben ja schon was von Trollen, irgendwie aus Herr der Ringe oder so fast, ne? Und ich fand's wirklich gut, auch wenn sie's gegenüber dem Game wieder abgeschwächt haben, er reißt zwar Perry den Kopf ab, im Game packt der, also das ist auch wirklich so, im Game, wenn diese Bloater auf dich zukommen und du denen zu nahe kommst, dann war's das, dann reißt der dir wirklich den Schädel auf. Hier wird es so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen abgeschwächt, aber trotzdem brutal und Tim Kellner ist weg. Wobei, ich finde, der Bloater ist nicht die erschreckendste Figur in diesem Ganzen. Es gibt nämlich ein Klicker-Kind. Oh ja. Es gibt, also Ellie, Sam und so versuchen sich halt zu verstecken oder fliehen, während ihnen dann Joel Hilfe gibt mit dem Schärschützengewehr und Ellie versteckt sich halt in einem Auto. Und da ist ein Fenster offen und da kommt rein ein Klicker-Kind, ein Kind, was ein Klicker ist und Joel versucht das zwar aufzuhalten, aber plötzlich kann der Mann nicht mehr zielen, keine Ahnung, was passiert ist, aber er trifft sich nicht mehr plötzlich. Ja. Ja. Aber wie sich dieses Kind bewegt, wie so ein Exorzismus-Kind, das ist, das fand ich wirklich gruselig. Sehr unheimlich. Und ich war, auch hier muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht, weil, ey, aus dieser Spannungssequenz im Auto hätte man auch so viel mehr rausholen können. Ja, Ellie kommt dann da irgendwie sehr schnell raus, einfach dann durch die Beifahrertür. Generell die Idee von diesem Klicker-Kind, also das gibt's nicht mehr in den Games und wenn du das dann im Hinblick auf diesen Kindergarten-Boker da weiterspinnst, das ist wahrscheinlich eines der Kinder. Und das, ah, so ein Kind komplett mit Pilz über dem Gesicht, woran, das ist schon, auch wie es sich bewegt, fast schon so Gollum-artig, fand ich schon klasse. Ja, und du hast halt auch wieder Kathleen's Aussage bestätigt, so quasi, Kindern passiert halt auch Schlimmes oder Kinder müssen halt auch dran glauben. Ja, ja, das ist, ähm, also, boah. Ja, diese Aussage wird uns dann später nochmal zu, äh, geführt. Ja. Also, diese ganze Sequenz mit, sie ist sehr kurz, sehr intensiv, sehr gut, ähm, ist vermutlich so, was den reinen Schauwert angeht, der Höhepunkt der Folge, ganz, ganz, ganz klar. Ähm. Es ist mit Season-Finale, würde ich sagen. Genau, 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 ja. Ähm, und es kommt dann, dass Ellie, äh, sich halt auch dank Joels Hilfe retten kann, ähm, und dann halt sieht, dass Henry und Sam unter dem Auto liegen und eben von, äh, Infizierten angegriffen werden und sie kommt ihnen zu Hilfe, Joel hilft auch noch ein bisschen, ähm, und sie versuchen dann zu fliehen, aber plötzlich steht hinter ihnen Kathleen. Und dann kommt ein Moment, äh, kennt ihr den Film Deep Lucy? Ja. Nicht gesehen, nee. Ich wusste, ich wusste auch dran denken, es tut. Da gibt es halt diese bekannte Szene, Achtung, Spoiler für Deep Lucy, aber kennt ihr jeder, wo, ähm, Samuel L. Jackson so eine pathetische Rede hält und plötzlich kommt hinter ihm so ein großer Hai und schnappt ihn so weg. Ja. Und es hat mich wirklich daran erinnert, weil Kathleen hält halt ihre Rede von wegen, ja, ja, ihr seid die Bösen und ich mach euch fertig, ich bin die Geilste und dann kommt, und ich meine, es war das Infizierte Kind. Es war wieder das gleiche Kind, ja? Ja, es war das, es war das, es war das, die hat es irgendwie aus dem Auto geschafft. Wobei, ja, keine Fans, da war ja noch offen, aber das war halt wirklich so, kommt dieses Infizierte Kind, springt sie an und schlägt halt auf sie ein. Und, das erinnerte mich so ein bisschen an, andere Frage, habt ihr den Film Systemsprenger gesehen? Ja? Ja. Und damit ist Kathleen halt, ähm, ja, aus dem Rennen tot, erledigt, äh, und, ähm, unser Powerquartett, äh, rennt halt weg, äh, und, äh, versteckt sich in einem Motel. Damit ist die Schlacht vorbei. Ja, was ich aber noch sagen will, ist, ist, die sind weg, du siehst dann immer noch im Hintergrund diese, diese Grube und du siehst immer noch Massen an Infizierten rauslaufen. Ja, und du siehst den Bloater brüllen, äh, was ich auch mal sagen muss, äh, ich muss sagen, ich fand Ellie auch sehr, äh, interessant in dieser ganzen Sequenz, ähm, zum einen, äh, wieder im Hinblick aufs Spiel, wie sie die Klicker tötet mit ihrem Messer, also von hinten im Spiel ist das ja so, man muss sich an die Rand schleichen und muss denen wirklich das Messer direkt in den Hals oder, oder in, äh, auf jeden Fall in die Schulter stoßen, um die zu besiegen im Game, also lautlos. Äh, das macht sie ja auch hier, als sie den beiden Brüdern da zu Hilfe kommt. Und, ähm, sie hat auch, als Kathleen da irgendwie angefallen wird von dem Klicker-Child, hat Ellie auch so einen kurzen Moment, wo sie überlegt, soll ich der jetzt helfen oder nicht, ne? Ich sag mal so, ich glaube, es wäre, realistisch betrachtet, das realistische wird in Anführungszeichen, ähm, schon gut ihr zu helfen, denn, was macht denn das Klicker-Kind, wenn diese Kathleen dann tot ist? Dann stört es sich um das nächste, also würde ich entweder das schnell ausschalten, weil Kathleen ist erledigt, so oder so, oder halt eben wirklich ganz schnell wegrennen. Ja. Und für mich war es mehr so, wir gucken noch mal ein paar Minuten zu, was passiert, und dann gehen wir weg. Ja, ich mein, sowas sieht man halt auch nicht alle Tage, ne? So Klicker-Klicker-Childs gab's ja nicht mehr im Game. Ja, ja. Sam, guck gut zu, das musst du alles noch sehen. Ja, und ich, ja, und ich hab mir halt, ich hab mir halt bei der Szene dann auch nachher gedacht, also da, wo die halt unter dem Auto lagen und dann ständig da von diesen Infizierten da halt hervorgezogen worden sind, hab ich mir dann schon gedacht, okay, wen hat's erwischt? Ja. Und im Sinne von, wie die Serie funktioniert, hab ich mir gedacht, okay, ich weiß, wen's erwischt hat. Aber im Hinblick auf das Motel muss ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand diesen Schnitt, ehrlich gesagt, zu hart. Das stimmt. Ja, ja, also es war wirklich so, es ist gerade überall, Tabula Rasa, die Hölle auf Erden, Überlebenschance 0,4 Prozent, Schnitt, Hotel. Ja. Oder Motel ist es. Motel, ja, ja. Psycho lässt grüßen. Und sie unterhalten sich und sie haben auch überall Licht an, wo ich mir dachte, ja, okay, es ist sehr unwahrscheinlich, dass da irgendwelche Leute überlebt haben, aber trotzdem, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt wirklich alle, die euch suchen, da dabei waren und gestorben sind. Und ich, ganz ehrlich, ich, ich hätte mich da verbarkadiert, Licht ausgemacht, mich in den Embryonalschlungen wohin gelegt und auf den nächsten Tag gewartet. Aber nicht, also das wirkte, also da gebe ich mir komplett recht, ich fand diesen Schnitt wirklich auch zu hart. Ja, es wirkt auch so unvorsichtig, ich meine, überleg mal, da ist dieses Motel und das ist komplett leer, da haben sich keine irgendwie verschanzt oder irgendwie Waffenlager oder sonst was. Ich meine, da sind überall Plünderer auch, das kommt auch nicht so richtig durch, weil im Spiel musst du ja wirklich, du musst ständig irgendwie, also ich bin ganz ehrlich, ich hab mich immer nur noch geduckt fortbewegt, also wirklich zu 100 Prozent. Noch dazu war es ja in der Folge davor, haben sie im, 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 im Wald geschlafen, wo ich mir eingedacht hab, es muss doch irgendein Motel. Also, und ganz ehrlich, dass dieses, dieser, dieser, dieser Tipp mit dem Glas funktioniert hier auch nicht, ne? Nee, nee. Aber es ist natürlich so ein, so ein bisschen verschnaufen, äh, ich meine, ich, ich verstehe das ja auch, aber, ah, nee, also dieser, dieser Wechsel, das, das ist, das ist, das ist einfach so ein harter Schnitt. Ich meine, das Spiel hat das zwar auch an anderen Stellen, aber hier hat es mich echt so irritiert von der Tonalität. Ja, aber beim Spiel hast du halt auch diese Cuts, also von Jahreszeit zu Jahreszeit, aber du hast davor immer was wirklich miterlebt und zwar aktiv. Ja, ja. Deswegen, und es ist halt einfach was anderes, ob du was aktiv mitspielst oder aber einfach nur zuguckst. Und ich muss sagen, ich glaube, es hätte mir schon ausgereicht, wenn man gesehen hätte, so zehn Sekunden, wie sie davor an diesem Motel ankommen und nochmal kurz beratscht, dann gehen wir da jetzt rein, ja, wir brauchen die Zeit jetzt einfach, wir brauchen die Ruhe. Dann wäre es, glaube ich, nicht so schlimm, aber so war es halt wirklich so, von Apokalypse zu, was ist eigentlich in der Minibar? Ja. Und, und, Elli und Sam lesen Comics irgendwie. Genau. Auf jeden Fall ist es dann so, dass wir, also, was heißt wir, dass die Figuren durchschnaufen können, aber so auch dann eben wir. Ja, und dann kommt etwas, ich wusste, es wird nicht passieren, aber ich dachte mir, oh, das wäre schon irgendwie toll. Dann sagt er mich, Joel, pass auf, wir wollen zum Fuß nach Wyoming und wenn du willst, könnt ihr mitkommen und Henry sagt so, ja, cool. Und allein die Vorstellung, dass die vier zusammen Abenteuer erleben, dachte ich mir, ja, das finde ich schön, aber. Hätte mir auch sehr gut gefallen, ja, durchaus. Aber, Theresia, du bist jetzt die arme Person unter uns drein, die das Spiel nicht gespielt hat, aber sei ehrlich, wie sicher oder wie sehr war dir klar, das wird nicht so kommen, wie es vorgeschlagen wurde? Ja, wie gesagt, also nach dieser Szene, wo ja Sam und, und, ähm, Henry da unter diesem Auto waren und halt von diesen Infizierten angegriffen worden sind, haben wir gesagt, okay, einen von beiden hat's wohl erwischt. Und wenn ich halt so von der Dramaturgie und dass das halt alles emotional ist, ähm, herangehe, dann war es mir irgendwie klar, okay, es muss wahrscheinlich Sam sein, einfach der Jüngere, einfach, also musste halt dann so sein. Und wusste aber halt dann trotzdem nicht, wie wird's jetzt dann nachher komplett, komplett die Serie ändern, äh, oder die Serie enden, so rum. Ähm, weil ich halt nicht wusste, wie halt die dann reagieren oder was halt passiert. Und fand das halt dann so nett, die Szene, weil es war ja eigentlich, dass, glaub ich, Henry hat selber ins Bett gesteckt und dann haben die doch aber weiterhin Comics gelesen und dann halt einfach dieses, dieses Gespräch, dass die halt mit dieser Tafel dann führen, das war halt dann so, ah, ich muss gar nicht sagen, ich fand's so schön. Man muss, äh, zu Joel auch sagen, dass er dann ja, also von ihm kommt ja das Angebot, dass die mit zu, mit nach Wyoming kommen sollen. Und das war ja auch dann nochmal ein Kontrast gegenüber, äh, einer früheren Szene, wo sie da irgendwie durch die Dunkelheit tapern. Und dann Ellie ja irgendwie die beiden Brüder fragt, ja, wo wollt ihr denn, nachdem wir jetzt irgendwie über die Brücke dann sind, wo wollt ihr dann hin? Und dann erzählt die erstmal freimütig raus, ja, wir wollen nach Wyoming und da ist ja noch Platz. Und Joel gefällt das halt überhaupt nicht, dass die mal eben so rausplaudert, äh, was eigentlich, äh, äh, bei denen Sache ist, ne? Ja, aber das wird dann so, wie Ellie dann sagt, sie fragt ihn halt dann noch 10.000 Mal und dann sagt er, ja, okay. Genau, genau, ich, ich nerv ihn nur genug damit, da klickt er schon ein. Ähm, dann merkt man auch, dass, dass Ellie halt so denkt, ja, sie hat irgendwie schon so ein bisschen, äh, das, das ist doch, glaub ich, auch einmal im Games 2, ne? Ne, dass, äh, dass, ähm, Ellie irgendwie darauf angesprochen wird, von wegen, ja, ich hab ihn getroffen und jetzt kommandier ich ihn rum und so, ne? Äh, ja. Ja. Ist halt Ellie. Ist es Ellie. Ähm. Tate hat schon in die Sequenz jetzt, äh, wiedergegeben, Ellie und Sam lesen halt Comics. In den Spielen ist es ganz, ist es ein bisschen weirder, weil da ist halt Sam ein bisschen älter und nicht haubstumm. Und da merkt man auch schon, dass er so ein Auge auf Ellie geworfen hat. Mhm. In der Serie ist es mehr so, sie hat was Mütterliches, fand ich. Oder was Großes, wie eine große Schwester. Ja. Ähm, und, ja, dann wird halt sich unterhalten via dieser Tafel und Sam wirkt schon sehr, sehr traurig und dann, äh, werden halt so die Ängste ausgetauscht zwischen den beiden. Äh, die ja, glaube ich, schon damit zu kämpfen haben, dass sie vor ihren, äh, ich sag mal, für ihren Bruder und halt eben vor Joel auch immer eine gewisse Stärke zeigen müssen, ne? Weil es einmal die Post abgelöst ist, ist einfach kein Ort für Schwäche und hier können sie ihre Schwäche mal oder ihre Ängste halt offen zeigen und Ellie hat Angst davor allein zu sein und dann, ja, kommt halt relativ schnell raus, dass halt eben Henry derjenige ist. Nee, Sam. Äh, äh, sehr, sorry, Sam ist derjenige ist, der gebissen worden ist und zwar am Knöchel, also es ist wirklich halt unter dem Auto passiert. Mhm. Und, ähm, Ellie hat eigentlich, wie ich finde, eine sehr kindliche, aber auch gleichsam, wie ich finde, gar nicht mal so dumme Idee, nämlich einfach sich in die Hand zu schneiden und ihr Blut halt zu nutzen. Ähm, ich finde es in der Hinsicht tragisch, weil ich durchaus das Gefühl hatte, dass sie glaubt, es wird funktionieren. Ja. Weil sie ja auch dann später einfach relativ seelenruhig einschläft, wo ich mir auch frage, ja, aber warum? Also ich, 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 also ich hätte nicht einschlafen können. Ich glaube, also ich, sie, sie mag halt Sam eben auch wie so eine Art kleinen Bruder und ihr war halt auch klar, wenn sie jetzt da rüber geht und das halt Henry und Joel erzählt, ist ihr halt klar, was Joel tun wird. Ja. Und das. Wobei man da auch sagen muss. Wollte sie halt nicht. Er muss es halt auch tun, ne? Das ist ja eben das Schlimme. Es ist ja nicht so, dass er es genießt. Ja, natürlich, aber. Das, das ist eben, wie ist das denn nun mal im Spiel? Da wird das ja, glaube ich, relativ so als Überraschung aus dem Hut gezogen dann. Ja, ja. Dass Sam sich verwandelt hat. Hier finde ich es schöner, also auch erst wie, das, das ist ja sogar relativ fortwörtlich aus dem Buch, ach, aus dem Buch, aus dem Spiel, ähm, dass Ellie erst irgendwie so ein bisschen überspielt, ja, also Sam fragt sie, ja, hast du, hast du denn vor irgendwas Angst? Und er, ähm, ähm, äh, er sagte dann ja vor den Viechern da draußen und sie dann so, ja, Skorpione finde ich ja irgendwie total gruselig. Versucht das halt, er ist irgendwie so, so ein bisschen cool zu überspielen und dann kommt aber durch, ähm, also kommt, kommt raus, dass ihre größte Angst ist halt allein zu bleiben oder allein zu sein, ne? Ja, das ist ja der Grund, warum sie halt dann auch froh ist, dass die mitgehen würden und so weiter und ich glaube, ähm, ja, das ist schon ihre Motivation, dass sie halt wirklich denkt, sie kann ihn damit retten und ich hab's für einen kurzen Moment auch gedacht, vielleicht funktioniert's ja. Es ist, es ist aber auch wirklich so typisch kindlich einfach, ne? Und das passt aber auch dazu, finde ich. Also ich find's schöner hier als im Game, muss ich sagen. Was halt eben die Szene ist, wo ich immer noch nicht weiß, ob ich sie gut oder schlecht finde, ist, wenn sie dann eben wach wird und sie sieht halt, Sam sitzt da auf dem Bett, ihr im Rücken, ihr zugekehrt und wir gehen halt mit ihr um ihn herum und sehen dann, er ist infiziert und dann greift er sie erst an. Ähm, dann, okay, man kann natürlich so erklären, dass sich die Infizierten auf Bewegung reagieren und vielleicht hat sie deswegen überlebt, weil wenn sie einer Schläferin wie ich gewesen wäre, der sehr viel sich im Schlag bewegt, der echt tot, ganz klar, aber sie scheint wie so ein Stein zu schlafen und dann, ja, äh, haben wir die Gewissheit, Sam hat's nicht geschafft und, äh, greift dann Ellie auch sofort an, was natürlich Joel und Henry auf den Plan ruft, Joel will schießen, Henry lässt das aber nicht zu, ähm, dann kommt das, was, wenn man's das erste Mal im Spiel hat, genau wie in der Serie, glaub ich, zum ersten Mal nicht genau weiß, was wird jetzt passieren, äh, wird Joel jetzt etwa durchgreifen und beide töten, aber nein, Henry erschießt seinen Bruder Ja. Und es dauert dann nicht sehr lange und dann richtet er sich selbst, was dann nochmal unterstreicht, Last of Us ist keine gute Launenerie, äh, ich glaube, es gab bislang keine Folge, wo man die Agenda hat, wo man dachte, ach, das war schön, sondern immer mehr so, die Welt ist düster und grausam, ich möchte tot sein, ähm, dieses, diese Art von Gefühl, finde ich persönlich ja immer stark sowas, äh, ich mag das durchaus, aber, hier ist es bei mir einfach der Fall, ganz klar, dadurch, dass ich wusste, was passiert, hat's halt einfach für mich nicht diesen krassen Effekt gehabt, wie vielleicht, wie für dich, Theresia, sag mal, wie war's für dich? Ich fand's sehr heftig, also ich war mir jetzt auch unsicher, was passieren wird, ich hab mir dann auch gedacht, natürlich, ähm, will, äh, Henry nicht, dass Joel seinen Bruder erschießt, ähm, ähm, aber es war dann halt wirklich, ähm, dass es dann nicht Henry selber ist, der auf den, der auf seinen, seinen Bruder schießt, einfach, weil er halt da jemanden sieht, der, der Ellie angreift und man merkt halt dann im Nachgang, wie es, wie diese Erkenntnis in ihm einsickert, dass, was er da gerade getan hat, ähm, was da gerade passiert ist, dass, dass er es war und dass das sein Bruder ist und so weiter und er eigentlich den immer beschützen wollte und damit konnte er halt dann eben nicht weiterleben, also ich fand's, es hat mich sehr schockiert, also ich hab mir echt nicht gedacht, dass es so ändert, dass mir war klar, einer hat sich infiziert und vermutlich eben Sam, weil es ist schlimmer, wenn Sam ist, ähm, aber ich war dann trotzdem geschockt, dass sie dann zum Schluss quasi beide weg sind, also das ist auch was, was ich sagen muss, also, wo ich nicht weiß, ob ich's gut oder schlecht finden soll, dass dann auch jetzt so jemand eben wie Periore Kathleen, du lernst über zwei Folgen kennen und jetzt so im Nullkommanix, okay, jetzt sind sie halt wieder weg, da weiß ich nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll, oder so quasi, dass man das halt aufgebaut hätte, dass die jetzt längere Zeit halt die verfolgen oder ob das dann, aber es ist halt immer so wirklich sehr schnell, dass du jemanden triffst und dann ist er genauso schnell auch wieder weg. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen der Roadmovie-Dramaturgie des Ganzen geschuldet, also dass man die Person halt trifft und dann relativ schnell verliert und das ist halt eben ein Endzeit-Setting. Ähm, ich muss ja sagen, ich wusste, ich wusste ja, was kommt vom Game, im Game hat es mich richtig hart erwischt, da ist auch ein harter Schnitt halt, nämlich Henry richtet die Waffe gegen sich selbst, nachdem er so, um's poetisch zu formulieren, äh, in ihm sickert so die Erkenntnis hoch, was er gerade getan hat, während das Blut aus seinem Bruder heraus sickert und er richtet die Waffe gegen sich und dann gibt es, glaube ich, im Game Schwarzbild und dann den Sprung in eine andere Jahreszeit und hier haben sie es aber so gemacht, dass man das gar nicht direkt sieht, sondern, dass man Ellis Reaktion darauf hat und dann erst, äh, äh, Schnitt macht und das fand ich richtig stark, weil man sieht bei Ellie, dass sie das wirklich richtig, richtig schockiert, also auch, dass der, dass der kleine Bruder mit, zu dem sie halt irgendwie so eine Beziehung aufzubauen begann, dass der halt weg ist und ich muss sagen, das spielt, also wer hier Bella Ramsey noch kritisiert, der Blick von ihr und sie hat sogar so zwei Tränen, die ihr übers Gesicht kullern, großartig. Also auch wieder das, also sie will halt nicht, also, klar, sie mag die beiden, aber sie hat ja auch gesagt, sie will nicht alleine enden, also das spielt dann schon auch wieder mit, ne, aber natürlich hatten die jetzt halt durchaus eine, eine tolle Harmonie jetzt in diesem, in diesem Vierer-Quartett, also, ähm, Joel hatte jemanden, mit dem man reden konnte, sie hatte jemanden quasi jetzt zum Spielen oder umgekehrt und es war halt einfach, sie waren halt einfach nicht mehr zu zweit unterwegs und es ist quasi, kennen sie auch's bei einer Mietzelle, es ist immer schöner, wenn man halt, ähm, zwischenmenschliche Kontakte hat. Ja, das ist toll in der Serie gelöst, im Spiel gefällt's mir einfach besser, ich kann's gar nicht ausmachen, warum, aber im Spiel ist es halt so, äh, er tötet sich, also Henry richtet sich selbst hin, da gibt wie Dommisch sagt diesen Schnitt und dann sind wir wirklich mehrere Wochen in der Zukunft dann. Im Spiel ist es so, dass Henry sich heimlich so ein Spielzeug, äh, Sam, sich heimlich so ein Spielzeugroboter geholt hat, aus so einer Spielhandlung und dann ein paar Wochen später finden Ellie und Joel ein kleines Grab, wo Joel sagt, das ist ein, das Grab ist zu klein, es dürfte keine Gräber geben, die so klein sind und dann Ellie halt versucht diesen Spielzeugroboter da mit zu beerdigen, also wirklich Wochen nach dem Vorfall und Joel will aber nicht, will das nicht und will auch nicht drüber reden und Ellie drängt ihn so ein bisschen nach, wir müssen mal drüber reden. Und in der Serie passiert diese Beerdigung, nenne ich's mal, jetzt, danach, äh, die sind am nächsten Morgen, nehme ich mal, stark an, äh, und haben die beiden begraben, ähm, Ellie legt diese Tafel auf Sams Grab, wo dann drauf steht, I am sorry, und im Gegensatz zum Spiel, wo Ellie trotz allem da immer noch eine gewisse, ich will nicht sagen Lebenslust hat, aber die Optimistin der beiden ist, wirkt es bei mir in der Serie jetzt so, dass Ellie wesentlich kälter wirkt, als noch davor. Es kann halt auch so eine Art Schutzpanzer sein, weil halt einfach das jetzt was Tragisches ist, was sie erlebt hat, sie hat sich jetzt mit denen halt angefreundet, auch wenn es nur kurz war und jetzt wurden die halt so brutal wieder, wieder weggerissen und dann kennt man das glaube ich schon öfters vielleicht auch von Kindern, die sagen, okay, ich schalte jetzt meine Gefühle oder ich, ich kapsel mich ein, ich will jetzt niemanden nie wieder so nah an mich rankommen lassen. Was ich halt eben das starke finde an, wie es das Spiel macht, ist, dass es dir ganz klar auf eine ganz einfache Art visualisiert, das, das tragen die halt wirklich immer noch mit sich rum, diesen Vorfall, es ist nichts, was sie abgeschüttelt haben, auch noch über Wochen hinweg. Und das finde ich halt da besser gelöst als in der Serie. Ich sage nicht, dass es in der Serie schlecht gemacht worden ist, Gott bewahre, man muss immer unterscheiden, dass das eine ist halt ein Videospiel, das andere ist eine Serie, das sind zwei verschiedene Medien. Aber wenn ich auswählen müsste, was mir persönlich besser gefällt, ohne das andere abwerten zu wollen, ist es wirklich das Videospiel. Ja, kann ich, kann ich ein Stück weit nachempfinden. Ich fand's halt, also ich seh's halt hier so ein bisschen mit Theresia, dass sie, dass sie halt diesen, diesen Malblock auf das Grab legt und dann so, als ob sie eigentlich, also klar, man könnte jetzt sagen, als ob sie mal eben telefonieren war, fragt sie dann irgendwie Joe, ja, wo geht's nach Westen? Aber das wirkt halt auch so, ja, sie will sich an der Stelle nicht so wirklich öffnen. Also man merkt, das geht ihr schon nah, aber sie versucht das so zu überspielen. Und das fand ich für sich genommen auch gut dargestellt, auch eine tolle Einstellung, wie dann Joel da steht und man sieht im Hintergrund dann in der Unschärfe Ellie weggehen. Ähm, ein starkes Bild und ja, dann gehen sie ja Seite an Seite und dann hören wir diesen I am sorry von, nee Quatsch, der Song heißt Fuel to Fire von Agnes Obel. Genau, irgendwie, wird eigentlich jede Folge mit einem Song beendet bislang? Da hab ich nicht drauf geachtet, aber Ja, fast, also Ja, hat ja irgendwie auch Stil, ne? Ja. Also, mochte ich schon gerne. Ähm, was da übrigens noch, ähm, äh, Stu, weil du das ja meintest, dass Ellie, äh, irgendwie dem, äh, Sam, ähm, ihr Blut über, über die Wunde streicht und sich dann schlafen legt, da ist ja von Sam dann noch die Aufforderung, bleibt mit mir wach, ja? Mhm. Ähm, und das ist, ohne jetzt so viel zu verraten, auch vielleicht ein kleines Verboding im Hinblick auf Ellies Vergangenheit. Ne, also da, da ist ja noch was, was wir dann zu sehen kriegen werden, äh, aus dem, äh, DLC, äh, Left Behind, ne? Mhm, ja. Das wird uns in Zukunft erwarten, was uns jetzt aber erwartet ist, denn wir sind jetzt hier erstmal fertig, ist unser Folgenfazit. Und wie immer haben wir die Auswahl, wie war die Folge? War sie mehr Dosenchampion? Das war dann mehr so, aha, war sie Steinpilz? Das war dann gut bis wirklich sehr gut? Oder war sie Trüffel? Das ist natürlich Premium. Theresia, wie würdest du diese Folge einwerten? Ah, bei mir ist es wirklich so halb, halb, ähm, ähm, Stempilz und Trüffel. Ich fand die Folge wirklich gut, also ich glaub, die hat mir jetzt, ja, nicht am besten gefallen, aber, ähm, ich fand die trotzdem richtig gut, auch wenn die halt so Schwächen hat, wie wir's gesagt haben, manche, manche harten Schnitte oder manches, was man nicht so ganz nachvollziehen kann, nichtsdestotrotz einfach, ähm, dass die jetzt da zu viel unterwegs waren, ähm, es gab sehr viel, ähm, zwischenmenschliche Szenen, die mir wirklich gut gefallen haben, also im Kontrast zu dem, zu dem Kampf später, ähm, ich war wirklich begeistert von der Folge. Also sagen wir, ähm, also sagen wir, äh, eine hausgemachte, äh, ein hausgemachtes Steinpilz-Ragout mit ordentlich Trüffelhau. Genau. Okay, gut, Dominik, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich pendel mich da auch so ein bisschen ein, ähm, das Ganze hat schon gewisse Schwächen, die, äh, auch schon in anderen Folgen vorhanden waren, dass sie irgendwie, ja, so aus Spannungssequenzen nicht so wirklich so das Maximum rausholen. Also klar, dieses, ähm, äh, äh, diese, ich sag jetzt mal Schlacht am Ende, das war zwar schon visuell ansprechend und auch wirklich gut inszeniert, aber da fehlte so ein Tacken noch an Wucht irgendwie. Ähm, vielleicht bin ich jetzt auch mittlerweile ein bisschen geschädigt durch die Games, äh, beziehungsweise das Game. Ähm, unabhängig davon ist es aber, äh, eine starke Folge. Ich hab auch den Eindruck, dass die für Leute, die das Spiel nicht gespielt haben, was man ja jetzt an Theresia auch merkt, dass die für diejenigen, welchen nochmal eine ganze Ecke besser funktioniert. Unabhängig davon ist es aber, äh, schon, äh, stark vorgelegt. Ich muss auch sagen, dass man, äh, Folge 4 und 5 am besten auch so Back-to-Back sehen sollte. Also die sind sehr an der Hüfte zusammengewachsen. Das ist ja auch hier beides von Jeremy Webb. Und deshalb bilden die so ein bisschen so eine Einheit. Ähm, fühlt sich natürlich auch wieder sehr episodenhaft an. Aber ungeachtet dessen, ja, äh, gute, gute Steinpilz-Suppe, würde ich sagen. Es hätte vielleicht noch ein bisschen mehr zu trüffeln, aber naja. Ja, bei mir ist es, äh, wie jede Folge davor auch wirklich sehr, sehr guter Steinpilz, äh, ohne Trüffel. Ähm, mein Problem ist halt wirklich, ähm, sie haben halt nicht das Maximum aus dem Spannungs-, aus den möglichen Spannungsplätzen rausgeholt. Sie haben halt nichts rausgeholt, wirklich gar nichts. Und das ist, das hat mich gestört. Das ist aber eine Moserei auf sehr hohem Niveau. Auch diese Folge war wirklich toll. Ähm, ich fand es schön, dass sie es hier geschafft haben, neue Figuren zu etablieren, auch wenn wir von denen in der Zukunft nicht mehr sehen werden, ohne dabei aber Ellie und Joel an den Rand zu drängen. Das war ja das, was mich bei Folge 3 so ein bisschen gestört hat, auch wenn die Folge an sich gut war. Ähm, würde ich soweit sagen, das hier war bislang für mich die beste Last of Us-Folge. Ähm, was nicht wieder heißen soll, weil es gab bislang auch keine richtig schlechte. Ähm, und ich glaube, das wird sich dann auch so weiter durchziehen, nur halt eben, sie hätten wirklich was aus diesen Spannungsmomenten machen müssen. Also, es gab einfach so viel Potenzial und sie nutzen es nicht. Das fand ich einfach schade. Ähm, und ja, ähm, ich bin geschädigt vom Spiel. Das habe ich jetzt hier, glaube ich, äh, 80 Minuten lang mehr als einmal gesagt. Und ich kann es auch nicht ausschalten. Das ist einfach so. Bei mir auch nicht, bei mir auch nicht. Ähm, deswegen seid mir nicht böse. Es ist eine tolle Serie, der, das Serienjahr 2023 hätte mit Last of Us nicht besser anfangen können. Ist es für mich eine super meisterhafte, mega geile Ultraserie? Nein, ist es bislang nicht. Es ist aber eine verdammt gute Serie. Und das kann auch ausreichen und muss es in diesem Fall auch. Ihr Lieben, ich danke für eure Zeit und eure Expertise. Ähm, wir sind hiermit am Ende dieser fünften Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder etwas später. Denn, wir haben es gar nicht erwähnt, diese Folge kam ja etwas früher, um den Superbowl zu vermeiden. Ähm, kurze Frage, guckt ihr den Superbowl? Nein. Nö. Gut, hätten wir das auch geklärt. Kurz und schmerzt. Sorry Sven. Ja. Ja. Gruß an Sven. Vielleicht ist Sven ja nächste Woche mit dabei und erzählt dann, was wir verpasst haben. Ich hoffe es nicht. Nee. Die Grüße gehen raus in die Pfalz. Und ich sage Tschüss, dann sagt die Theresia Tschüss und dem Dominik gebührt das letzte Wort. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.